Pfff! Auf auf, Digga! Gucken, ob Klauenfisch funktioniert! Assalamu alaikum! Hallo! Ich bin zurück! The biggest dick in Los Santos! Soll ich ihn auspacken, oder was? Check! Okay, funktioniert! Let's go! Ja, wir zwei! Hier! Was ich vor Twitch gemacht habe, ich war immer ein Dings... Kupferclown! War klar, Auto weg! Aber Radmeister! Und der ist auch da! Mich hat wahrscheinlich eh keiner angerufen, weil ich habe keine Freunde! Klingt logischer! Ja! Siebter, Fünfter! Oh, der Biggie hat mich angerufen! Das ist das ja nicht! Hupsch! Hupsch! Oh! 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 Ja! Hallo? Wittmannsson, hallo? Hallo, Sie haben mich angerufen! Ah, Sie sind Herr Peanuts, ist das korrekt? Ja, warum? Ich habe nichts gemacht! Nein! Deswegen habe ich Sie auch nicht angerufen! Es geht um Folgendes... Und zwar haben Sie mal einen Herrn Siegfried Clausen mit angezeigt! Ja, ja! Ihre Freundin, Frau Lebensgefährtin... Ihre Frau! Ja, genau! Ähm... Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich davon nur was sage! Schon fünf Monate her! Äh, nicht ganz! Doch, ich habe Sie mir einen Kalender angekommen! Haben Sie das? Ja, mein Kalender hat aber nur zehn Tage! Ach, Mensch! Das ist ja, äh, höchst interessant! Ähm... Ach so! Ach so! Ach so, okay! Sie lieben quasi von Tag zu Tag, ja! Ja, wir sind die kurzlebigen Eunuchen! Das ist meine Religion! Okay! Ich verstehe, ich verstehe! Ähm... Unser Gott sieht aus wie eine Fliege! Ja! Ich wollte Sie eigentlich nur anrufen, ob Sie zu dem Vorfall noch irgendwelche Details hätten, aber ich sehe gerade in der Strafe, also in der Anzeige selber ist das ja schon sehr detailliert beschrieben. Sie waren ja dabei, als die Anzeige aufgenommen wurde, ist das so korrig? Ja! Natürlich! Okay, super! Äh, es hat sich aber auch, ähm... Die nächste Frage, die ich hätte quasi, ist es denn nochmal vorgekommen, dass der Herr Clausen Sie irgendwie, oder Ihre Frau belästigt hat? Lügen oder Wahrheit sagen Sie? Also haben Sie da nochmal Kontakt mit Herrn Clausen? Ja, immer, wenn der uns auf der Lauer ist, dann spricht er uns an und beobachtet uns. Mhm. Wann haben Sie denn den Herrn Clausen das letzte Mal gesehen? Boah, das ist, ich glaube, vor drei Tagen. Drei, vier Tagen. Alles klar. Okay, vor drei, vier Tagen. Da ist er mir aufgelauert, als ich auf dem Erpefeld war. Mit meiner Schippe. Okay. Aber ich bin weggerannt. Okay, okay, okay. Kennen Sie Family Guy? Ja, kenn ich. Kennen Sie diesen alten Opa da, der immer den jungen Sohn anmacht? Ja, ja, ja. Ja, ich habe langsam das Gefühl, dass der auch so einer ist. Weil ich bin hübsch, ich bin unfassbar hübsch. Ach so, ist das auch so einer, so einen Papst? Popsikos. Was ist mit dem Papst? Popsikos? I have Popsikos. Das ist der alte Mann aus Family Guy, Herr Smalls. Ich gucke das nur in meiner Sprache, ich spreche keinen Fremdsprachen. Ach so, okay. Ach so, okay. Ja. Gut, also Sie sagen vor drei, vier Tagen und er belästigt Sie weiter. Ja, na klar. Und auf der Rechnung sind wir immer noch sitzen geblieben für die Werkstatt und alles. Ich bin quasi Bruch. Ja, okay. Wirklich in ärmlichen Verhältnissen, in echt kleiner Bude ohne Strom und ohne fließend Wasser deshalb. Ich habe nicht mal einen Garten und einen Tennisplatz oder so schon nicht. Ja, aber was brauchst du denn einen Tennisplatz, Herr Smalls? Weiß nicht, ich möchte auch mal im Luxus leben. Wollen Sie auch mal im Luxus leben? Ja. Ich habe auch keinen eigenen Rasen mehr und einen Raub habe ich auch nicht. Na gut. Ja, wenn Sie weiterhin fleißig bleiben, dann irgendwann können Sie sich das genauso leisten. Aber mir tut schon der Rücken weh von den ganzen Erdbeeren, ich sage es Ihnen. Ja, aber wenn Sie dann reich sind, können Sie ja Top-Ärzte engagieren, die den Rücken wieder gerade richten. Das ist doch ein Deal, oder? Ach, ich wäre froh, wenn ich mal mein Geld wiederbekommen würde von dem. Ah, das ist klar. Weil der hat mich ins Auto kaputt gemacht. Ei, 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 ei. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind dran, den Herrn Clausen zu erreichen, um den nochmal zu befragen. Ansonsten bedanke ich mich für den Rückruf, Herr Smalls. Kein Problem, Herr Hubsch. Und, äh, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Gleichfalls. Danke, tschüss. Bye-bye. Oh. Arschloch. Ach ja. Die hat ja schon wieder, die muss ja schon wieder kacken. Der ist doch bestimmt hier unten da, wusste ich doch. Ich muss auflegen. Ich bin von der Border Patrol. Ich bin von der Border Patrol. im Fernsehen geschnappt. Aber ich habe kein, nein, kein Auto. Oh. Um? Okay, wir treffen, wir treffen uns wo, okay. Ja, ich melde mich gleich. Okay, dann müssen wir gleich. der peanut musste leider im saugen abzubeißen die können mit der karre fahren hätte ich dafür nun schlüssel ja dann wenn ich darf über einen schlüssel ab willi hat okay ich bin noch mal ich muss taxi rufen Verdammt, du Scheiße. Haschisch! Hi, Tina. Haschisch! Latif Haschisch! Haschisch! Hallo? Hi. Wir sind da. Adela. Hallo, Familie. Adela Sprung, Taxi bitte. Ja, wo denn? An meiner Bruchbude. Ich weiß doch nicht, wo du wohnst. Wie soll ich das beschreiben? Bei dem Parkhaus 3. Die Straße hoch. Bei Parkhaus 3, Straße hoch. Die vierte rechts. Erstes Gebäude. Die vierte rechts. Haschisch! Okay, ich werde dich finden. Hast du immer noch den Frosch von damals? Klar, der wiegt schon 12 Kilo. 12 Kilo? Ja, wir filtern den mit Cheeseburger. Kann der nicht platzen? Nein, der platzt nicht, aber der schwimmt schon oben, weil der so dick ist. Oh, der arme Frosch, ey. Der ist nicht arm, der ist reich. Ja, reich an Essen. Und reich an Liebe. Ja, das glaube ich dir auch. Ja, ich nehme den mit in eine Badewelle. Okay. Dann mache ich Wellensimulator. Wird halt Schwingi nicht eifersüchtig? Nein, die filmen das Ganze. Die filmen das? Ja, mit so einer Eriksson. Ähm, das ist dann aber wieder so ein anderer Petisch, oder? Ja, ich mache doch keine sexuellen Sachen, du. Ich tue den doch nur auf meinen Piraten-Schiff und Pemmer-Baby. Okay. Und dann ist der eine Auge Schwarz-Batt-Haschisch. Ja, okay. Also schickst du mir ein Taxi, bitte? Ich komme höchstpersönlich. Ich laufe schon mal die Straße runter. Alles klar, aber mach nicht zu viel. Nicht, dass du schwitzt. Ich schwitze immer. Ja, gut, aber du musst ja nicht übertrieben treten, irgendwie so ein, weiß ich nicht. Du bist nicht meine Mama. Das weiß ich, aber ich meine es auch nur gut mit dir. Aber du wärst es gerne, ne? Deine Mama? Ich spüre von diesem Telefon, diese Verbundenheit zwischen uns beiden. Ja, die spüre ich auch. Ich kann dich gerne adoptieren, da habe ich kein Problem mit. Kriege ich deine Tasche Geld? Von mir aus können wir darüber reden. Okay, ich muss nur mit Twinkie reden. Okay. 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 Bis gleich. Du. 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 Du legst auf. Ich fahre. Achso. Aber du musst auflegen. Okay, ich lege auf. Bye bye. Achschiff. Achschiff. Ich hab bestimmt was zu essen bei. Hier ist so ein Juri Tempester. Keine Ahnung, was das ist. Und die Potato Wings, achschiff. Ach die Klappe, dummer Fusch. Oh mein Gott, was ist mit dem Würfel passiert? Ne, Burrito kriegst du nicht, du Fettsack. Das ist meiner. Aber ich hab keinen Hunger. Natürlich, Papa muss arbeiten. Ich komm später wieder. Du Hurensohn. Hatschisch, du bist mein Freund. Den halt ich schon seit vier Tagen drin. Ich hab du Hurensohn gesagt, ihr dummen Köpfe. Hallo, Mila. Beg Peenal, das ist ein Farmteuer. Tup, tupi, tupi, tupi. Magst du den Peenal, Mila? Ja, ich seh's, ja? Hast du deinen Monitor an? Mittlerweile bin ich Sportler. Los, Peanut, immer durch'm Ohr atmen. Hallo, Pup, die Osterkipp du, Lünderck. Schaffst du das. Schaffst du das, Peanut, du musst in Form kommen für Twinkie. Die steht jetzt auf Waschmaschinenbäuche. Mir schwindelig. Wenn ich nur so atme, wird mir schon schwindelig, Alter. Erste Mittagsschlaf. Peanut kann jetzt für sie kurz oben sein. Ich hoffe, die gleich kommt, schon, dass ich nicht überfahren werde. Das ist doch ein Waschmaschinenbauch. Nein, ich hab Blitversäule. Ich muss darauf achten, ob dein Auto angefangen kommt, um mich zur Seite. Und schau, wie geht's euch? Pup, 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 pup. Dann geht's auch gut. Sieht nach Regen aus in Los Santos. Was glaubst du, Schott? Ach, die braucht's zu lange. Wo war denn... Oogadoo! Erst mal Tinkerpäckchen. Ach, komm. Mela hat heute keine Lust auf P.P. als Kopfhörer. Tinkerpäckchen! Warum wird das immer in den Stühlen hier die Dinger... Locker. It's only game. So ne Pisse. Beaverbeats, danke schon für den Primes ab dem sechsten. Und Wizard, danke für den Primes zwölften. Und Enemy Zeus, danke schon für den giftigen Zappern, Huss. Und Matti, danke für den Primes 32. Monat. Na, sowas, da fehlt aber. Wetterumschwung durch Kopf. Hast du die Beine rasiert? Ne, wenn's, ähm... Warum weiß ich das eigentlich? Wenn GTA auch schlechtes Wetter ist und es regnet, kriegen die Texturen der Pads und auch der Online-Charakter so einen Schimmern, weil das symbolisieren soll, dass die Füße beziehungsweise die Beine nass sind. Wetterumschwung, oder Furcht. Frag mich nicht, warum ich das weiß. Aber ich atme dieses Spiel. Hallo, Ed, ich bin hier hin. Und Sie sind dank für den Primes ab im zweiten Monat. Danke. Ich hab GTA studiert. Chucky, vielen lieben Dank für den Primes ab im 38. Monat mit Amazon Prime is not a crime. Boah, wie dann brauchen die? Adele. Das Geräusch aus meiner Tastatur. Ich hab die heute mal so unten hochgeklappt. Ich hab vorhin auch aufgeräumt, ob ich Schreibtisch sauber gemacht. Tach, tach. Wer schreibt mich das schon wieder an? Ich hasse das, wenn die im Discord-Channel irgendwo, Alter, immer rumspammen. Und der Martini, danke für den Primes sechsten. Ich glaub, mich kommt keiner abholen. Dann laufen wir. Also vom Namen her nicht. Vom Aussehen kenne ich alles hier. Noch ein Ärger. Ja? Du wolltest mich abholen, ne? Ja, ich such dich gerade. Ich bin jetzt da bei dem Parkhaus. Ich bin hier an der Tankstelle. Ah, wo ist denn eine Tankstelle? Ah, ich war da oben, ne? Ich glaub, ich weiß, wo. Kuckaloo! Oh Gott. Du bewegst dich zu viel. Ich bin schon fast die ganze Straße runtergelaufen. Warte noch kurz. Konntest du mich nicht vorwarnen? Hab die Gelegenheit genutzt. Was soll ich machen? Ich muss klein. Klein? Ja. Du meinst groß. Nee, das ist noch klein. Du solltest mal mein Groß sehen, du. Oh nein, das will ich gar nicht sehen. Du musst die Hose anziehen. Ja, bitte. Hast du abgewischt? Mit was denn? Natürlich. Mit Taschentüchern? Mit meiner Hand. Nee, 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 nee. Brauchst du Taschentücher? Ja, ich hab nix. Ach, warte. Oh, warte, die Lippe ist da weg. Oh mein Gott. Oh. Oh, der hat auch eine Erdnuss im Kopf. Sicher, dass es jetzt kein großer war? Weiß ich nicht. Es hat sich angefühlt, dass wir das reingehen, anstatt das raus. Ich hoffe, dass es keine Motte war. Oh Gott. Die frisst mir die Klamotten kaputt. Mhm. Okay. So, ich mach mich sauber. Schön im Gebüsch abrubbeln. Nee, 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 nee. Warte, ich geb dir Taschentücher. Okay. Oh Gott, warte. Ich hab ein kleines Betriebs. Bleib lieber die Nase zu. Mhm. Und mach den Mund nicht auf. Das bleibt wochenlang in der Kleidung auch. Mhm. Bitte schön. Oh. Oh. Ach je. Ich nehm immer nur ein Taschentuch dafür. Irgendwas krabbelt an meinem Arsch. Ich hab dir extra zwei gegeben. Zwei Packungen. Die halte ich mir auf. Ich brauch immer nur ein Blatt. Was? Ich denk ökonomisch. Ich denk an die Umwelt. Isst du deine Bonbons auch mit Bonbonpapier? Natürlich nicht. Okay, hätte ja sein können. Warte, muss so kurz. Da hängt noch was. Ah, jetzt ist ab. Ah. So. Nur so eine Frage. Hast du Arschhaare, wo das drinnen hängen bleibt? Willst du sehen? Nein. Kennst du das Sprichwort, wo der Frosch die Locken hat? Ah. Ich bin der Frosch. Ah. Hi. Hi. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich muss mein Auto auslösen. Es wurde wieder abgeschleppt. Ja, also verwahrt. Ja, kannst du mich da hinfahren? Ja. War das EMR 5? So ähnlich. Ich muss tatsächlich noch schnell tanken hier. Oh mein Gott, ist das schnell. Was ist denn hier los? Wurde getunt. Nö, das ist immer schon so schnell. Dann bleib wo du. Wo ist dein Freund? Der ist unten bei Westcors. Das ist Straßenfest heute. Straßenfest? Ja. Und Schnitzeljagd. Du kannst den Schlagen GT gewinnen. Soll ich dir das mal schicken? Oh, ich bin Schnitzel essen. Ja, schick mal. Kein Schnitzel. Du hast gesagt Schnitzeljagd. Ja, aber das hat auch nichts mit einem Schnitzel zu tun. Nice. Na klar, das hat mit einem Schnitzel zu tun. Nee, leider nicht. Na klar, das hat mit einem Schnitzel zu tun. Jetzt bleibt Schlüsseljagd nach dem Schlagen GT. Okay. Kostest das Eintritt? Ähm, nee, du kannst da kostenlos rein. Tacos 15? Ja, also ich fahr dich durch. Ich kann ja durch mit dem Taxi. Aber ich muss auf meinen Freund Pinsel warten. Achso. Das ist ein Fahrrad. Ja, es gibt ja dann halt einen Shuttle. Gehst du da auch gleich hin? Äh, ja, wenn ich nicht wieder Kunden dazwischen hab, dann schon. Dazwischen? Dazwischen, ja. Sag mal Fleisch. 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 Ich muss mich echt anstrengen, Fleisch zu sagen. Oh mein Gott. Halt, da hängt es drinnen. Oder hängt es... Ich hab sie runtergeschluckt. Hängt dein Kopf aus dem Fenster. Nein, ich hab's runtergeschluckt. Ich bin eine Nutte. Oh Mann, warum eskaliert das immer mit dir, Peanut? Ich hab nix getan. Doch, du tust immer was. Nö, stimmt nicht. Ich bin voll liebe Kerl. Ja, glaub ich eher auch. Alle meine Sprüche nur aus dem Fernsehen. Das sind die feinigen Staden von der Medikaschuld. Okay. Die haben mich gebildet. Mhm. Das ist die beste Bildung, ja, ja. Hast du ne Kippe? Nein, danke. Ich rauch nicht. Ich auch nicht. Das ist schön. Das ist besser für die Gesundheit. Ja. Tabak macht die Finger gelb. Und die Zähne. Da hast du ne Fliege überfahren. Oh nein. Mensch, das tut mir ja so leid. Wollen wir sie beerdigen. Ist ne Bischopselzfreund? Ist der ein zärtlicher? Oder ist der so ein brutaler Dominantus? Das geht dich doch nichts an. Erzähl doch mal. Nein, der ist ganz lieb. Ha. Waschlappen. Nee. Ist der nicht animalisch? Im Bett schon. Warum schneit der laut? Nein. Der schneit nicht? Der kann rammeln wie ein Hase. Der rammelt wie ein Hase? Ja, so ein richtiger Rammler ist das. Ist das gut oder schlecht? Ist das gut? Ist das gut? Ja. Ja, ich bin nicht so gut im Bett. Hat Twinkie gesagt. Oha, das ist mies. Das ist nicht schlimm. Wieso ist das nicht schlimm? Weil das ist es. Sex ist nicht alles. Ja, das stimmt schon. Aber gut, das Sex wäre ja nicht verkehrt. Ben, wohin wolltest du? Äh, Parkour 22. Parkour 22. Oh ja, ich fahr erst Pina zur Verwahrstelle. Nein, man braucht keinen guten. Hallo, Ben und Jerry. Hallo. Und Ben, bist du gut in der Kiste? Ich hab nie gefragt. Der war anscheinend schon. Ja, aber du musst auch mal irgendwie Feedback bekommen haben. Ja, ich bin sehr gut. Ich hab meinen Daumen hoch bekommen. Man hat zu mir gesagt, ich bin sehr gut. Also, ich bin total schlecht. Ich bin so schlecht. Ich hatte mal Sex mit einer Matratze und hab's nicht gemerkt. Du hast schon damit... Ich bin jetzt schon seit zwei Stunden schlafen. Hab ich erst gemerkt, als die Matratze die Kippe nicht festgehalten hat. Naja, ich kann halt nicht in allem gut sein. Wie, was? Bist du denn gut? Ja, natürlich. Ich kann gucken wie Flavio Biotoro. Das glaub ich dir. Na klar. Ich mach die bestesten Dinger im Toast. Pfannkuchen. Okay. Kann ich davon auch mal probieren? Auf gar keinen Fall. Dann verliebst du dich. Ja, hä? Nein, ich bin ja in Bischof verliebt. Ja, ja, das kannst du aber ändern. In Bischof. Nein. Ich möchte dich ja adoptieren. Das wäre ganz schön komisch. Puh, das wäre dann sweet home album. Ja. Ich mein, ich bin für alles offen, aber... Dankeschön. Das will ich auch nicht. Ja, kein Problem. Bis dann. Kann mir eine Tausend-Dunnen leihen? Ja. Ich hab nix mehr. Ich bin arm. Ja, kenn ich. Ich muss nur meinen... meinen Finanzen-Check. Lass mich auch mal gucken. Ja. Musst du dir ja die Tausend-Dollar für dich abgeben. Ich bin absolut blank. Ja, war ich vorhin auch noch. Oh mein Gott, ich hab 373 Dollar noch. Danke! Ich hatte vorhin auch nur noch 800, hab nach Gehalt gefragt. Ja, ich war schon lange nicht mehr arbeiten. Ja, das ist doof. Guck mal die ganzen roten Zahlen da an. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Du warst nicht gut in Mathe, ne? Doch. Ich nicht. Ja, merk ich bei dem Geldverlust. Ja. Ja. Willst du vielleicht bei... Kannst du gehen, ich will mit dem Ding hier alleine sein. Ich will dominieren. Ach so, ja. Weil ich mehr Geld hab irgendwann. Wer ist Watchboy für dich nix? Ich nehm's jetzt frei, das brechige, schmutzige Ding. Was? Was? Möchtest du als Escort-Junge-Boy arbeiten? Nein, ich geh doch nicht fremd. Ich lieb Twinkie bei alles. Du gehst doch da nicht fremd. Na klar, ich muss dann damit so ne Ömer. Die muss ich ja berbern dann. Aber die kann gut Geld geben. Na und? Ja, halt ja sein können, dass du schon so verzweifelt bist. Nein, ich geh Twinkie nicht fremd. Ja nö, ist ja das... Wir haben abgemacht, als wir geheiratet haben, dass sie fremd gehen darf und ich nicht. Aber ich bin ne Mann im Witzig. Das war schon ziemlich doof. Ich hab's kleingedruckt und nicht gelesen. Hm. Mein Beileid. Mein Telefon vibriert. Oh. Ja, Pinsel. Hallo, ich bin jetzt da. Wir wurden... Du wirst nicht glauben, da ist irgendein Stadtfest. Und dann kam da so ein Clown, der hat in mein Auto gestiegen. Dann ist er weggefahren. Dann ist er im Gegenverkehr gefahren. An der Border Patrol vorbei. Dann ist er rechts reingefahren und hat mich gezwungen zu fahren. Dann bin ich weggefahren. Und dann haben sie uns geschnappt, weil hier war ein Zaun. Und dann musste ich jetzt dort die Dings machen. Wie sagt man? MPU. Ja, ich musste, ups, ich musste jetzt das Gespräch hier, ich hab dann gelogen, mit dem Clown die Story abgeglichen irgendwie. Und jetzt muss er ins Date und ich darf gehen. Ich hab mir vorhin den Arsch abgewischt, mit dem Finger ausgerutscht. Und dann? Hab ich neue Welten entdeckt. Soll ich dich abholen? Ja, ich bin dann verwahrstelle. Ich wollte mein Auto auslösen. Weil du ja nie drauf aufpasst. Du kriegst jetzt erst mal einen Schlüssel. Nur hast du mir keinen gegeben. Ja, du bekommst einen jetzt. Okay. Wo sollen wir uns treffen? Und du wolltest mich noch Verbrecher-Ausbildung machen? Ja. Willst du auch meinen Finger riechen? Gern. Okay. Lass uns gleich treffen. Wir müssen ihn bringen. Ja, sag mir wo. Zu Hause kurz. Okay. Dann packe ich mein Auto da. Dann kannst du heute mal fahren. Ich hab kein Geld mehr für Sprit. Ich mach's auf die Taxirechnung. Okay. Dann bis gleich. Bis dann. Arschloch. Hier ist noch irgendein Auto. Ich hol das doch. Los, mach auf! Boah, wie mir reißt die Hose. Äh. Keine Lust rüberzufahren. Warum steht unser Auto hier, Junge? Boah. 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 Deins ist scheiße Ovalo. Dein Blau. Fick dich. Scheiß Auto. Meins ist besser. Mein Blau ist besser. Los, mach auf, du Arsch. Affenzaun. Wo ist der Hang? Ach so. Haben wir zwei. Mein Telefon verbriert. Brr, brr. Lohm unterdrückt. Jetzt ging's da hier. Schwester Kusch kam grad von der Arbeit. Die ist grad hochgekommen und hat den... ...ganz still und heimlich wie Nina den Staubsauger geholt. Den hab ich vergessen runterzubringen. Kein Bock immer 500 Etagen zu laufen. Mein Telefon verbriert. Bling, 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 Nummer unterdrückt. Darf nicht so schnell fahren. Hallo Flugzeug, belohlt. Hallo Peanut. Da stehen... ...da stehen Mopeds. Ja, hast du gut erkannt. Ich wär fast beinahe reingefallen. Aber nur fast beinahe. ...dass du dich aufs Maul bekommen. Ach ho. Wenn du schnell genug gewesen wärst, dann hätten wir dich nicht bekommen. Nee, ich mach sowas nicht. Ist dir Ärger? Nee, wir fahren gleich nur eine Runde. Oh, das find ich super. Yo, hau rein. Ich hab Sans auf Hellnicki geguckt. Geil, das ist ne kühle Serie. Ach, Wälder stirbt am Ende. Oh nein. Aha, Spoiler alert. Hihihihi. Hihihihi. Peanut, meinst du, die Gangster kommen mit und verklappen nicht? Boah, es ist so schön warm, ne? So mit Ventilator und so alles. Schmeckt jetzt so richtig an meinem Rücken so. Voll geil. Voll geil. Wird der Wünsche jetzt sagen. Voll geil. Hihihihi. Hui. Ich mach immer in der Telefon,eri. Ui. Hui. Cho yo? Dadadadada. Dadadadada. Hihihihi. Franzis Bösel, die ärgert schon seit Jahren. Franzi, die G ist eine Ärgerin. Müsste aufpassen, Chat. Die ärgert doch immer beim Thai. Ich seh das. Hallo, der Sub. Und jo, Leute, danke schön für den Wissen im sechsten Monat. Hallo, Pinsel. Bleh. Jetzt kann ich mich eh nicht mehr verstecken. Hallo. Hi. Du hast ja gar kein Kürbis auf dem Kopf. Du hast eine schicke Hose. Danke. Mit Knieschrömpfen. Was ist mit meiner Hose? Die ist schicke. Musst du eine neue kaufen? Ja, die passt zum Oberteil. Ja, ist die rot? Ja, bin hingefallen. Mit Knieschrömpfen. Können wir eine neue kaufen? Ja. Und dann müssen wir einen Schlüssel nachmachen für meinen Noto. Okay. Willst du die Party? Ach so, guck mal, ich habe mir was zu fressen. Du hast bestimmt nichts mehr. Es ist bestimmt schlecht. Nö. Juhi, Tampura ist gut. Kannst du haben. Das riecht zwar komisch, aber erst ruhig ist noch super gut. Danke. Willst du, ich habe Mühe. Das schmeckt nicht. Bah. Bah. Das ist so viel. Hat sich eigentlich eine Frau auf deine Anzeige gemeldet? Nein. Okay, dann nimm das mal lieber. Nicht mehr in die Socken machen. Nimm das hier. Danke. Danke. Eigentlich mache ich es den Bauchnavöl. Nächste Morgen ist es trocken. So. Hol dir mal raus. Das tut verwehren in den Haaren. Wenn das trocken. Oh mein Gott. Mir ist ganz doll schwindelig. Cut. Cut. Mir ist ganz doll schwindelig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, wenn das welche Hören will, dann würden die alle wissen, dass du das Gefühl kennst. Oh, erst mal einsetzen. Mensch, meinst du das Gehirn schneller als der Hund? Mensch, der Mund schneller als mein Gehirn. Das habe ich. Okay, mir geht es wieder top. Super, super topi. Okay. Hol dir mal, ich habe einen Koffer raus. Okay. Ach du heilige Scheiße. Was warst du denn schon wieder unterwegs? Ich habe einen Kuh-Trank der gewöhnt. Nimm, was du brauchst. Ja. Das schmeiße ich weg. Das schmeiße ich. Pöne den Scheiß auch weg. Aber Tinkerpätzchen sind immer gut. Okay. Aber die lassen den Sennischuss immer den Wagen offen. Ich meine, das schon dreimal. Okay, danke schön. Wo ist eigentlich Pinky? Die ist zu Hause. Die spielt so ein Handy-Ding. Among Us? Nee, Rust. Rust. Nee, die hat Kopfschmerzen. Die bleibt zu Hause. Okay. Okay. Ist abgeschlossen. Immer noch abgeschlossen. Du hast ja eine Schüssel. Ja. Nee, falsch. Boah, ich will nicht fahren. Komm, Pünsel. Aber ich dachte, wir müssen Schlüssel machen. Ja, wir brauchen nur nicht das Auto. Ich habe so einen Schlüssel bei, den mache ich noch. Ah, okay. Und, was geht ab? Ich war mit dem Straßenfest. Und so ein Clown. Ich weiß nicht, ich kam nicht hin. Weil der Clown hat sich hier reingesetzt. Auf dem Beifahrersitz, habe ich ihn rausgeserrt. Dann ist er vorne eingestiegen und dann ist er losgefahren. Warum hat er nicht geschlagen? Ich weiß nicht, der ist rumgefahren. Ganz gemein und provokant. Und dann hatten wir uns die Border Patrol geschnappt. Und jetzt muss er in den State. Aber vorher hat er noch für mich Bescheid. Das ist cool. Die Adele vom Taxi hat mir gesagt, dass er ein Straßenfest ist. Und da kann man jemanden schlagen. Das kann man gewinnen. Dass man jemanden schlagen darf. Okay. Dann versuchen wir das. Und kostet sogar keinen Eintritt. Aber man muss zum Park aus 15. Wo ist denn das? Ach, das ist unten. Unten bei die Assis ist das. Das ist beim Bauhaus der Nähe, oder? Ja, genau. Da habe ich gelogen. Ich habe nämlich der Polizei erzählt. Da hat uns ein schwarzer Jugeller bedroht. Der hat er auch. Man wird immer vom schwarzen Jugeller bedroht. Ja. In der heutigen Generation sagen die Kinder in der Grundschule nicht mehr, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, sondern wer hat Angst vor dem schwarzen Jugeller. Und dann bringen die alle weg. Was machst du? Wir wollen doch zum Schüssel. Ja. Stimmt. Damals war es der Schafter, heute ist das der Jugeller. Ja. Was muss ich mit dem? Weiß ich nicht. Und dann holen wir den in der Hose. Ja. Hallo, ich möchte meinen Schlüssel gerne nachmachen. Hallo. Von meinem. Hallo, willst du der Schlüsselnachmacher? Machst du den Schlüssel nachher? Nee, ich kann noch keinen nachmachen. Ich glaube, du bist gerade da drin. Ja, genau. Genau. Ja, da hat er mein Recht. Aber ich kann Platz machen. Kommen Sie her. Gucken wir mal. Danke schön, Herr Wand, dass Sie den Schlüssel nachgemacht haben. Tschüss, Herr Wand und tschüss, ihr zwei. Tschüss. Was sind Sie für ein Schlüsselnachmacher, Misse? Nee, das macht die Wand. Die Wand? Ja, der Kreis da vorne macht das. Schick das Auto. Oh, ich schau's ja. Hallo, sind Sie der Herr, der hier die Schlüssel nachmacht? Nee, ich kann gerade keinen Schlüssel nachmachen, weil du stehst da schon drin. Ach, ja, haben wir das auch? Achso, du brauchst den Schlüssel noch. Warte. Ja. Danke. Achso, ich hab schon wieder vergessen, Hose kaufen. Kann ich mir ein Hemd kaufen, ne? Ja. Der gute alte Herr Wand. Das war mein Erdkundelehrer. In Arizona. Boah. 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 Oh. Oh. Mit Strümpfe. Ja. Dann zieh die mal an. Guck weg. Du darfst meinen schwarzen kleinen Jougaloo nicht sehen. Nee. Guck nicht. Oh. Und das ja. 50 Dollar. Bitteschön. Danke. So. Jetzt ich fresh aus. Ja. Und du hast ein neues Tattoo, sehe ich. Was hab ich? Ein neues Tattoo. Hast du ein neues Tattoo? Am rechten Arm. Die hab ich doch schon immer. Oh. Da bin ich dir. Der Typ hat mich nur falsch verstanden. Wahrscheinlich. Und der hat mir ein paar Kuss hüfteln. Ich hab die Tattoo's doch schon immer. Aber Twinkie schminkt immer drüber. Wenn ich schlafe. Ich wusste das nicht. Ich dachte wir haben nur des Freundes. Ah nee stimmt. Film. Ich hab zwei Stück Stuckel. Film. Oh. Pass auf. Was ist denn los? Ach scheiße. Ist das unten? Wie darf man denn durch? Wegen dem Straßenfest. Es sei denn du sagst, wir müssen zum Tuning. Dann lassen sie uns durch. Warum sagen wir nicht, dass wir zum Tuning müssen? Das machen wir. Ich lauf da nicht darüber. Wie sehe ich aus? Nee. Auf der Seite steht der kommenden Bus. Ach. Willst du sehen? Das ist mal ein Blick gleich. Was wir gleich machen? Lass der Bus. Dann musst du einsteigen. Ähm. Dann fahren wir hier auf den Parkpass. Ja. Bus wagt auf uns. Ja. Das wird jetzt wieder eine Geburt einzusteigen. Ein bisschen so schnell. Ja. Ich wollte den Bus nicht verpassen. Markus. Lass jetzt. Hallo Herr Busfahrer. Hallo. Geht's hier zu? Party? Ja. Einfach und schnell. Einfach und schnell. Ja. Alles gut. Einfach rein mit euch. Okay. Die coolen sitzen hinten im Bus. Die coolen sitzen hinten im Bus. Ja. Wenn das nicht geht bescheuert. Ja. Die sind schon ganz hinten. Ganz 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 hinten. Hallo Peanut. Hi. 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 Hallöchen. Wann fahren wir los? Wann fahren wir los? Komm, bin sie Bus bauen. Ähm. Peanut, du musst noch reinsteigen. Ich bin, ähm, bin doch drin. Soll ich nochmal aussteigen? Mhm. Ja, okay. Ach so, schuldigung. Das ist Peanut. Ich bin Peanut. Schreib mal vorne irgendwo ein. Okay. So einfach her. Okay, ich sitz hier in Dölln. Hallo? Hallo. Hey, da ist noch jemand. Ich. Max, vielen liebdach für 50. Zapf mal nen Tagsamen. Dankeschön, Buddy. I appreciated the support. Dankeschön, das Bild in meinem Tasche. Ha, der kriegt's nicht mit, ey, Dude. Pinsel. Guck mal. Guck mal. Ein Duplo. Ein Duplo. Magst du den Duplo? Ja. Ja? Ein Duplo. Huckelu. Huckelu. Wenn ich jetzt nur ein Kürbis komme hin. Ich hab Druck auf wollen. Ich hab' Druck auf wollen. Ich auch. Ich hab' nicht mal angefahren. Hier? Ja, vom Bischof. Ein Fischer. Hoffentlich fährt er nicht so schnell, der Busfahrer. Mal gucken. Oder müssen wir da hinlaufen? Wissen. Ich dachte, die fielen nieder. Oh, Glück. Müssen wir auch steigen? Oh. Oh. Hi. Hi. hallo ich bin aber stimmt mit mir nicht hallo einmal in den schadel so einsteigt er bringt euch nach unten ja cool das ist ein großraum tag hallo ist ein cooler bürsen unsere rolle rein hallo ich höre schon taxi sieht sie fahren pppp er wird kürzt und glatt ist nicht mehr an der türen er fragt dass die nacht das ist doch hier hinten drin ich habe gar nichts gemacht das ist alles ok sind alle drin nee der typ heißt dann wieder nicht wie die tür aufgeht du musst dir einfach nur einen platz aussuchen dann guck mal da ist so ein knopf der blinkt so ein blinkendes m wie mcdonald's da muss drauf drinnen die tür china also später lust ein bisschen den konditorei im bürger zu plündern was soll ich plündern konditorei mit mir lass überfallen ich bin gangster jetzt was kannst du jetzt länger als 15 meter rennen wie kam was ist mit dem typ anstrengengeschlafen wieso nach vorne ich das meister was trixio dem geht's ja jetzt morgens man Pero was raus was raus was raus Asozial Auf gehts Hi Hi Könnte das Twinkie mal geben Ja Oh pass auf schwarze Zuckulu Was ist denn da für ne Party Ich Ähm Sind da Hubschmädchen? Weißt du? Oh ich denke ein paar Kann ich nehmen Ich bin verheiratet Oh mein Gott Alles gut Alles gut Wird euch Wird auch Musik gespielt? Können wir Caddy fahren? Das weiß ich nicht Kann man sich so ein Caddy mieten Damit man hier so aufs Geländer rumfahren kann Schnell raus Hier lasse ich euch raus Oh ihr Päuser Boilal heule heule Oh ich muss mal kurz erst mal schicken Habau Ich wäre ein bisschen bei mir gän in die In die Aber nicht war Nein da Det war Vielen Dank. 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 ... 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 ...... 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 ......... ...... 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 ......... ...... 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 ......... ...... 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 ......... ...... ......?... Das ist ein kalten Abschnitt. Haben die vor... Da hat doch schon safe einer gefunden. Guck mal, wo wir sind. Boah, sind wir scheiße. Da ist das, wo du ein GPS gemacht hast? Ja. Irgendwo dort. Du musst überlegen. Warum? 100 Meter von der U-Bahn-Station. Soll ich hinfahren, du überlegst? Nee, brauchst du nicht. Guck. Jetzt ein Zug. Nee. Irgendwo muss er dann da unten sein. Du musst über sieben Brücken. Also... Eins, zwei, drei... Wir... Keine Ahnung. Dann ist der irgendwo da unten. Wir sind echt verdammt schlechte Autodings. Was? Ja. Normalerweise kommen Autos zu mir. U-Bahn-Station. 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 Ähm... Ähm... Irgendwo... Ähm... Nicht... Ohne... Was kriege ich für den Tim? Okay, der ist irgendwo unten im Süden. Hehehe. Oh, stark zum Pack. Ja. Ui. Beim Kann... Ah. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Du hast mich mit dem Baseball-Shaker verknobt. 50.000. Alles klar, sie pädeln das Bild. Ich habe jetzt aufgelegt. Müsste ich schnell finden. Geh zu. Oh. Hier ist das... Ne, das kann ich schlipp so. Oh, Hasbel ist hinter uns. Mach so, als würdest du es wissen. Und auf uns zu folgen. Kaum hier ist halt nicht. So in der Nähe von Sheen. weißt du? In der Nähe von Sheen. In der Nähe von Sheen. In der Nähe von Sheen. Weil hier sind keine Schienen. Wenn... Wenn ihr denkt... Plabber, plabber, plabber. Unter sieben Brücken musst du gehen. Sieben Brücken... Ich glaube, das ist irgendwo... Und das ist eine U-Bahn-Station. Aber wo... Tja, ich glaube, ihr habt das Auto doch nicht gefunden, wa? Noch nicht. Wir verstecken uns nur, damit es kein Bild wird. Wir verstecken uns. Ich habe mal noch eine Frage. Guck mal auf die Karte. Sieht es irgendwie so aus, als wäre irgendwo ein X markiert, weil... Hier steht ganz unten noch, wenn ihr denkt, ich hätte irgendwo auf der Karte ein kleines rotes X drauf, dann habt ihr recht. Dann habt ihr recht. Kann es sein, dass irgendwas aussieht wie ein X? Ja, das ist... Ich glaube, es ist ja ganz unten. Ja, no. X. Ja. 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 Vielen Dank. Nein, du machst mich ganz kürr. Warum? Kann ich zwei einfach denken. Als ob die dann X drauf machen. U-Bahn-Station. Aber ich weiß nicht, es gibt zehn von U-Bahn-Stationen. Richtig. Und das ist im Wasser. Meinst du? Und dann heißt es, klasse, in drei Tagen kannst du es haben. Da ist ein X. Guck mal. Da ist ein X. Ja, das höre ich dir markieren. Sehr gut. Nur da sehe ich ein X. Und in den 100 Metern in der Nähe davon ist eine U-Bahn-Station. Boah, ich raste aus. Komm. Hier ist das X. Ist hier eine U-Bahn-Station? Vielleicht ist die U-Bahn-Station aber auch unterirdisch. Oh, der Schlaf geht nicht. Guck mal, hier sind ein paar... Hier sind ein paar Schienen. Was ist das denn? Was wollen die... Warum suchen wir überhaupt? Einfach so, was Spaß macht. Jo. Warte mal, das war doch der Bischof, oder? Ja. Verkaufen noch Schlüssel. Sehr vor, als hat noch keiner den Schlüssel von dem Auto gekauft. Doch, komm weg. Ich meine, den Auto... Der Schlüssel für das Auto wurde noch nicht gekauft. Warte mal, das war doch der Bischof, der Bischof, der Bischof, der Bischof, der Bischof, der Bischof, der Bischof. Irgendwie eine schlammige Angelegenheit. Nicht so schön genug Mäusen, aber ein dreckiger Strand ist auch ein Strand. Irgendwo am Strand. Ist das ein Hinweis? Ja. Ein dreckiger Strand. Das heißt... Dreckiger Strand. Ein dreckiger Strand ist irgendwo... Das muss ein See oder sowas sein. Oben gibt es ein See beim Taxi. Nein. Da, den Schlamm, die wir vorhin schon waren. Aber das muss ja hier unten sein. Hier unten sein. Lass mich kurz überlegen. Dreckiger. Ah! Was ist hier? No. Ach! Guck mal, dort, wo es man geht ist. Das ist doch, glaube ich, ein Strand, oder? Das ist zu den Kanälen. Klaue. Oh, der ist vor uns. Guck mal hier links von der... Ja, warte. Oh mein Gott, wir fallen ja wie die Wilden. Meinst du hier? Nein. Ja, wo man... ...angeln kann. Aber hier ist doch kein Strand. Nein. Äh... Oh, warte, ich habe eine Idee. Aber ich will jetzt kein GPS. Oder hier. Alter, es ist nicht... Okay, sorry. Halt! 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 Wo sind wir? Weiß ich nicht, im Auto. Irgendwo hier. Warte, da ist ein Strand. Da, rechts. Da müssen wir hin. Und da ist auch eine Brücke. Kommt man da hin? Vielleicht muss man so Fuß. Mensch, wir finden einen Weg. Zum Glück haben wir so einen Sportgeländewagen, Alter. Da voll ist ein Strand. Aber ist ja auch eine U-Bahn-Station in der Nähe. Oh mein Gott. Oh, ganz vorsichtig. Da können wir nicht runter. Wo geht's denn runter? Hier ist ein Strand. Dreckiger Strand. Wie kommt man da runter? Aber hier ist nichts. Kein Dings mehr. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, wie man da runterkommt. Aber da voll sind drücken Schienen. Ich hab keine Ahnung, wie man da runterkommt. Habt ihr das... Hattest du das Auto versteckt schon? Weißt du, wo das ist? Wo denn? Sag mal. Da kann man runter. Hier links, 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 links. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Das geht, das geht. Wir haben Geländewagen. Ja. Link, ich muss ein Auto suchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh hier. Vielleicht irgendwo. Du, ich muss zurückrufen. Die ist super. Da ist es. Doch nicht. Ich meine... Oh. Jetzt tut mir leid. Ich muss. Ja, wir sind doch am dreckigen Strand. Diese Arschlöcher. Geh mal hier die Treppen hoch. Du warst kurz zur Pfung hochzufahren. Ja, ja. Ich steck schon wieder durch. Oh, hier kann man in den Hof fallen. Der verarscht uns doch. Da ist er! Ich hab ihn, Pinsel, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Pinsel, ich hab ihn! Pinsel, ich hab ihn! Komm, 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 komm! Ich hab ihn! Boah, wir sind die Besten, Alter! Ja, und gleich kommen sie alle. Geh Gas! Keiner kommt hier hin! Ich ruf Hasen-Penner an, der gibt uns 50.000. Ruf schnell, ich hab ihn, Peter! Schnell! 50.000, 50.000. Da ist er! Wir sind die krassesten! Wir müssen uns verstecken hier. Macht Licht aus! 100%. Ich komm jetzt durch. Warte, ich pack woanders. Und dass wir keine Fahnen sind. Hast du gefunden, was? Oh! Aber klar. Das ist ja wohl frech. Das ist eine freche... Frech ist das, das ist frech! Wir sind zuerst hier gewesen. Nein! Los, du schachst, Peter! Er geht nicht ran, hilf mir! Was soll ich machen? Anrufen. Aber egal, wir haben ihn gefunden. Obwohl wir keinen Schlüssel haben. Ich will die Lorbeeren für uns. Geht mich gar in den Bischof. Boah, ich brauche einen Schlüssel. Aber vielleicht hat er den Schlüssel. Wir haben gefunden, Bischof! Echt jetzt? Ja! Pinsel, nee, ich war den Ersten. Hier, habt ihr einen Schlüssel? Nö. Wir wollten den nur finden. Ach, ihr wolltet den nur finden? Ja. Sag, ist gutes Versteck oder nicht? Ja, super gut. Jetzt kommen sie alle angerannt hier. Da, wo wir den gefunden haben. Jetzt kommen sie alle. Wir haben ihn gefunden. Jetzt kommen sie alle. Wie kamen die nur auf die Idee, den sie schreien hat. Pinsel und Peanut haben gefunden. Guck mal. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Wie kamen die nur auf die Idee, den sie jetzt schreien hat. Gutes Versteck, aber guck mal, wenn sie kommen, wenn sie da vor allem alle. Ja, super gut, wenn Peanut geschrien hat. Aber was hat er gesagt? Aber echt gutes Versteck. Gut, viel Spaß, Jojo. Ich trau mich gar nicht. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr auf einmal alle hier in der Nähe wart. Wir standen hier oben, wir stehen direkt hier über euch. Wir stehen hier direkt über euch und du hast ein bisschen laut geschrien, Peanut. Na und? Aber ihr hättet den, wenn ihr oben seid, schon gefunden. Wir standen doch da oben. Ah, schade. Nee, ich hab nicht die richtigen Schlüssel. Was geht ab? Gerade, schade. Schade, schade, Marmelade. Aber jetzt wissen wir, wo das ist. Komm, Willi, du kaufst jetzt alle Schlüssel, wie es nur gibt. Gibt es denn überhaupt noch welche? Keine Ahnung. Ganz schnell, ich halt. Ich stimmt halt aber ein bisschen richtig gekauft. Ich hab... Hattet ihr Schlüssel gekauft? Nö, wir wollten nur das finden. Schon? Ja. Wir sind die Besten, Such. Ja, Willi, ganz gut. Easy. First try. Gefunden, ein Sekund später, komplette Armee kommt an. Zufall, ich denke nicht. Das war so, keiner war hinter uns, keiner war hier in der Nähe, Alter. Keiner war... Ich hab hier nicht ein Auto irgendwo gesehen. Das hat nicht mal zwei Minuten gedauert. Ja, jetzt will ich auch wissen, wer den gewöhnt. Aha. Cool, der Schorani ist, wir haben ihn gefunden als ihr erstes. Ja, ich weiß. Das Telefon. Ach so. Fünf nicht tausend. Fünf. Wie? Wie, wenn dein Schüsse passt? Du hast gesagt, für die Info. Gut, dann such weiter. Egal, der sollte kommen. Sollen die doch selber suchen. Was? Ja, eigentlich müssen die den selber suchen. Mhm. Ja, aber du kannst ihn nicht mal testen, wenn du das Auto noch nicht gefunden hast. Ja, wenn der Schüsse nicht passt. Boah, sag dem Hasepil, das ist unser Chef. Der soll uns aber kein weiterpitzen. Okay, fünftausend, wie sag ich es hier? Ja. Aber die sind eh schon alle am Telefonieren, statt die Leute suchen lassen. Okay. Ähm, wenn du, wie erklärt man das? Warte, sagst du mal. Wir kommen den holen, der so sagen würde. Wo willst du, wir holen dich ab? Der braucht aber geländefähiges Fahrzeug. Bei 7303, komm mal. Ähm, ähm, ähm. Beim, bei der Ägler und der Steine, wirklich nicht, aber das war schon, weißt du? Ach, schnell. Nur in Norden, östen, südlich in der Ägler, das ging schnell. Bei der Verwahrstelle. Oh, komm wieder hoch. Klar, komm wieder hoch. Ja, super Reifen. Und dann der Steine. Der soll links zum Verwahrstelle kommen. Komm, man ist zur Verwahrstelle. Das war sehr schnell, war sehr schnell. Und dann, zur Ecke, unten, die Kurve. Pinsel, wir sind die Besten. Wir sind die Krassesten. 60, 08, wir machen. Wir sind bei der, komm, wenn du zur Verwahrstelle fährst, siehst du uns. Wir hatten das Auto gefunden. Eine Minute danach kamen zwölf, zwei Minuten kamen danach 200 Leute an. Und du, mit meinen Reifen ging das. Mit meinen Reifen ging das. Wo seid ihr denn? Bist du bei der Verwahrstelle schon? Ja, komm, fahr uns nach hinter uns, Edna. Scheiße, wir wissen nicht, ob Meter war oder nicht. Scheiße. Boah. Dann weiß es nicht. Komm mit. Hase Peter. Ja. Ja, da rein. Ah, der weiß schon, wo lang. Weiter, weiter. Oder lass uns vorbei. Und dann hier. Hier geht es runter. Hier unten. Achtung, mit uns rum. Ja, heißt ja, weil wir sehen wollen. Ja, hau, ich hatte da noch nicht einen Schlüssel. Ach, gib mir Geld. Da, wo sie alle jetzt stehen, rechts. Komm, steigen auf. Hast du gesagt, wo das ist? Die sollen es selber suchen, Joach. Nur in seinem Chef. Was geht ab, Alter? Ich kack ab, Alter. Hier bin ich vorbeigefahren vorhin. Ja, ja, bla, bla. Loser. Ich bin unter dem Schaden langgefahren. Ich war hier oben nicht. Wie gesagt, falls du die Schlüssel hast und so weiter, nehme ich dich hoch. Okay, Hans, probierst du es aus? Ach, schade. Ich hätte so nichts gegönnt. Ey, nicht weiter passieren jetzt. Da sollen die suchen. Jetzt ist das sowieso zu spät. Komm, ich hab's auch. Nee, weiß nicht. Wer frisst hier? Ich hab meine zu mir schon. Gibt es noch Schlüssel? Tote Kinder. Wo, ja, wo. Ednus? Ja. Wir sind die krassesten Pinsel. Mensch, wir. Komm mal da, wer da unten. Komm mal da gerade aus, runter. Wo? Ja. Wer ist das? Möbelpack, Willi. Mhm. Wer ist das? Die Karre kostet 650.000. Wer ist denn das? Der fällt jetzt... Du fährst jetzt hier echt nicht hoch, Bruder. Das kann nicht dein Ernst sein. Wer ist denn das? Der wollte die Treppe hochfahren. Mit dem Massaker. Weißt du, wer das ist? Nee, sag mir doch schnell. Der Thronen, Ben. Ach so, der. Der dich gefunden hat im Wald. Mhm. Oh. Sollen wir den mal fragen, wie der hierher gefunden hat? Hehehe. Eigentlich wäre es clever, wenn wir jetzt alle Schlüssel noch aufkaufen. Na, Hase Peter schon kaufen. Weil das Auto fällt mir... aber peter geht die kaufen ja wir haben jetzt wie kriegen noch geld von dem hat gesagt 10.000 für die info 50.000 wenn es richtig ist kann mich schön mit einem strand mal gucken wir hier alles runtergefahren konnte wussten jetzt der ding sein hin mit seiner drohne vielleicht muss ein akku aufladen wir sind einfach die klassen wir haben uns gefunden eigentlich du na ja wobei ich mein ich bin links rum du bist rechts rum man schon gut gutes teamwork trink immer stolz auf uns aber hätte mir gewonnen hat trink die karre eingesackt ja ich habe mir verloren hätten wir ein problem herr wussten jetzt hingefallen muss das schlüssel testen hast du mal gelesen ein anruf geht ein wir haben den wagen gefunden wir haben aber kein schlüssel wollten es nur finden gutes versteck aber komischerweise kommen die jetzt ein anruf geht ein wir haben den wagen gefunden wir haben aber kein schlüssel wollten den nur finden gutes versteck aber komischerweise kommen die jetzt wir haben den wagen gefunden wir haben den wagen Oh Mann. Oh, wer ist denn das? Ah, die waren vorhin schon da. Er ist da. Sprina, dich verkauft grad Schlüssel. Ja, hast du das da hingeschrieben bei Witselnus? Mit was? Nee, das war ja nicht ich. Wieso? Wo die Schlüssel sind. Weil da steht. Wisst ihr das? Dings. Mit Schlüssel. Komm, gut, mit gutes Versteck, aber komm schon weiter. Wie viele Schlüssel kommen jetzt alle? Ähm, wir müssen alle rufen. Ja, welche Nummer haben die? Das war... Das hat mich richtig... Das hat mich richtig... Das hat mich richtig richtig... Wir wollen verlebigt werden, dass wir die ersten waren, die den gefunden haben. Mach ich, mach ich. Dafür sorge ich. Okay. Pencil und Peanut. Die allerbestesten Freunde. Da muss ich nochmal ein Bild haben. Okay, gut. Ich muss weiter verkaufen, Peanut. Tschüss. Der verkauft jetzt Schlüssel. Jetzt geht Hase Peter hin und kauft alle Schlüssel. Natürlich mag ich Hase Peter das. Würde ich aber auch. Warte mal. Die haben wie viel Schlüssel? 300? Mhm. 300 Schlüssel und 7.000 kostet eine, haben die gesagt. 2,1 Millionen, das wäre ein bisschen dumm. Weil die haben ja gesagt, der Wagen kostet 600.000 oder so. Also lohnt sich nicht. Also. Na ja, für den Kick. Ja klar. Da gehst du lieber hin, kaufe ich sie direkt für 600.000, das Ding. Die waren auch grad die hier standen bei uns. Einer der ersten, ne? Die haben uns doch nach Dings gefahren zum Auto. Da haben wir doch nur gesagt, wir wissen wo das ist. Hast du wirklich laut geschrien? Ja. Ja. Ja hab ich. Obwohl du ganz weit weg warst, war ein bisschen doof. Aber egal. Kommt echt keiner. Wir sind hier grad die Gatekeeper. Weißt du was wir machen könnten? Eigentlich müssten wir da oben einfach zupacken. Dann kann dir keiner runterfahren. Dann müssen wir jetzt einen Abschlepper rufen. Wir müssten Maut beziehen da oben. Wer runter will, muss zahlen. Nein. Das ist ne verdammt gute Idee. Mhm. Ich stelle so mit Knarren hin. Nein. Hier ist kein Auto, hier ist nix. Fahren sie bitte weiter. Mhm. Hier ist aber, hm 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 hm. Kommt keiner. Warum? Angst. Okay, die haben schon mal keinen Schlüssel. Nee. Die haben ganz gefacken und Schlüssel kaufen können, ne? Ja, ich hab mir gedacht, ich bin ein tolles Zeichzeug. Ja. Ja, wo sind sie alle? Wir standen da eine Minute, zwei Minuten, Maxi Ballow, wenn man kommt aus einer Richtung in die Leute an. Großen Siel! Dann geht's doch ganz kurz. Oh, da. Da ist niemand Ben. Guck mal, wie der schafft. Erstmal, erst mal ein Graben. Warte mal, der war gerade schon mal hier. Mhm. Ist dann abgehauen und kommt jetzt wieder. Er hat Schüsse für euch gekauft. Kann sein. Warum leuchtet denn das Graffiti da vorne gekommen? Oh. Aber das hat Spaß gemacht. Und wir werden verewigt, hat Bischof gesagt. Okay. Bei dem nächsten Schnitzel machen wir mit. Gut. Achso, ich wollte nur mal Hinweis gucken. Aber weißt du, was ich mich frage? Bitte passt. Wo ist hier eine U-Bahn-Station? Bitte passt auf euch auf beim Schlüsseltesten. Sollen wir die abziehen? Sollen wir uns da hin passieren mit Knarren? Dann hören wir die Schlüssel und hauen ab. Aber die sind dann noch gar keine Verbrecher. Nein, noch. Ja gut, noch. Aber in einem Monat, du. Dann ist es heute. Aber wir können den Bom und Maddox rufen. Und denen sagen, wo das ist. Vielleicht kriegen wir dann Geld. Können wir machen? Nee, da machen wir alles kaputt. Machen die das nie wieder. Genau. Das war fit so gut. Oh, da kommt noch einer mit dem Taxi. Das war Herr Jutta. Hallo. Wir sagen euch nicht, wo das ist. Was macht ihr hier? Wie habt ihr den Tipp? Ah, ihr seid die Tipper. Wir waren die Ersten. Hier ist es nicht. Ja, ist okay. Ich wundere mich nicht. Hier ist es nicht. Was hat der gesagt, der Herr Jutta? Wundert mich, dass Ronny der Jutta ist. Hm, komisch. Woher wissen die denn, wo die hinfahren müssen? Geh mal gucken. Ja. Woher weiß Adela denn direkt? Wir machen jetzt Adela hier. Wir haben die Drohne gestartet. Na, einer von euch Schlüssel? Los, Herr Peter, für Glück. Jetzt kommt der Moment der Wahl. Ich habe zehn Schlüssel dabei. Komm, Herr Peter. Ja. Nein. Nein. Scheiße. Oh nein. Adela, woher weißt denn du, wie du herkommen musst? Wie bitte? Woher weißt du, dass das Auto hier ist? Ich weiß das nicht. Ich bin hier langgefahren wegen dem Strand. Ja, ja, ja. Hä? Ich weiß es nicht. Ich war jetzt mit drei Stunden Arbeit weg. Ich weiß es nicht, von Bishop. Da kannst du deinen Arsch drauf verwenden. Ich habe hier nicht mal Schlüssel. Stellt euch mal vor, wir haben das Auto hingestellt und ihr habt das Falte. Dann wäre ich jetzt mad, wollte ich gerade die Schlüssel wegwerfen. Ich behalte meine Mann auch sicher. Aber jetzt bin ich verunsichert. Vielleicht ist das unser Auto. Das wäre halt... Uff. Das wäre eine Aktion, die wir... Das Problem, sie haben jetzt schon... Hä, wieso? Hereinfahren? Äh, 13. Kannst du mir eine Schlüssel holen? Ja. Und hat die Ausschlüssen holen jetzt. Komm. Ich habe Glück. Ich kaufe zehn Stück. Boah. Was? Ja. Dann weißt du was. Ich kaufe 20, wenn ich kann. Oh, ey. Doch. Da ist uns der Arsch auf. Okay, Simon. Kannst du Bishop, Bishop, Bishop? Warte, ich mache Pfannung. Oh, er sitzt. Bishop? Hm? Ich kann nichts dafür, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Scheiße. Komm, wir suchen das Auto. Ja, wir wissen noch, wo das ist. Ach so. Okay, neues Auto. Der Bishop, du. Der ist bestimmt im Casino. Der braucht nämlich, um Schlüsse zu verkaufen. Oder ruf mal Hase-Peter an. Fangen wir, wo der Bishop ist. Der braucht ja so eine Anlaufstelle zum Verkaufen. Und da standen die Pfannen rum. Boah, alle im T-Fone. Sie müssen mal den Witzelnuss wagen finden. Boah, die zwei. Da sind die Hände einfach T-Fone hören digitiert. Kein Witz. Also, die fahren rum. Ah, stimmt. Sonst könnten die kommen und sagen, Wings, ne? Ja. Boah, ich hatte richtig eklige Lülle in der Nase. Iiiiih. Wollte ich es nicht sagen. Iiiih. Alter, such den Nautenflüsse, Macher. Boah, Hase-Brenner telefonieren safe mit Bücher. Ne, glaube ich nicht. Doch, es ist bei beiden besetzt. Zufall, ich denke nicht. Die fahren gefühlt von meinem Wetzelnuss-Auto. Wir müssen gleich tanken. Ich weiß, was ich denke. Oh, Bishop klingelt. Hi, Peanut. Wir wollen auch Schlüsse kaufen. Ich glaube, wir haben gleich keine mehr. Sind jetzt die letzten, die sind... Ja, kommt, der Würfelpfarr. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Wie viel hast du noch? Also, ich weiß, dass jetzt noch fünf weggehen. Und Hans-Peter kauft noch mal zehn. Und irgendwie Kati wollte zehn kaufen. Das heißt, wir sind bei 25. Sie müssten dann noch irgendwie 15, 20 Stück maximal drin sein. Ich kauf 20. Gott. Okay. Und so, du sagst meiner Frau was. Digga, das kann ich nicht machen. Doch. Das kann ich nicht. Doch. Halt die Klappe. Los. Gib Rechnung. Ich teile mit Pinsel. Schnell, 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 bevor der Peter kommt. Alle weg. Hans-Peter. Wie viel hast du noch? Ich nehm die anderen. 140. 1, 2, 3. Du hast doch 140. Casino. Nein, das ist eine Rechnung. 140.000. So, perfekt. Gib mir Schlüssel. Bei der rotaarigen Dame kriegst du Schlüssel. Ich sag dir weiß, wie viele da noch drin sind. Er kriegt 20. 20, schnell, bitte, bitte, bitte. Schnell, da kommen die schon. Ich bin als nächstes dran. Nein, ich hab alle letzten gekauft. Die sind alle weg. Ja, warte. Muss er anstehen. 35, äh. Warte, wir müssen erst mal erzählen, wie viele da gleich noch drin sind. Ja, warte. Alle wissen, wo er steht. Und alle wollen Schlüssel. Ja, rum wohl. Ja. Aber man hat alle da ab. Warte mal, ist Peanut jetzt spielsüchtig? Nein. Nein, ich. Peanut, Peanut, Ronny, wollt ihr euer Gehalt schon haben? Warte, Peter, ich verkaufe dir den. Peanut, komm mal kurz auf die Seite. Wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr euer Gehalt schon haben? Nö. Boah, diese Schlüssel sind echt nervig. Ja, okay. Ich hab das denn gebrüht. Komm schon. Warte, warte, wir müssen einfach gucken, wie viele noch da sind. Wie viele sind noch da? Siehe. Geht weg vom, geht weg vom Auto. So, komm. Komm schon. Boah, also. 40 Stück noch. Ronny hat das Piefen vom Auto gesehen. Wie viele sind noch da? Nein, das hat sie. Komm, Pinsel, komm. Ronny. Warte, ich kaufe dir alle weg. Nein. Pinsel, komm. Warte, geht mal jetzt alle Seite weg. Hä? Nein. Wenn da nur noch 5 drin sind, dann... Wir teilen doch, ich hab doch 20. Du hast, du hast noch nicht alle Schlüsse, du kriegst immer 2. Warte mal, bin da noch 20 gekommen? Ja, komm. Gib, 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 gib. Ja, sehr gut. Bleib falsch. Komm, Pinsel. Aber, aber... Danke. Und ich kann es ja keiner mehr klauen. Alle weg vom Auto, alle weg vom Auto, alle weg vom Auto, alle weg vom Auto. Ronny, komm mal hierher. Ronny, grad du. Perfekt. Wir haben nicht viele Schlüsse da drin sind. Ja, sag dich doch. 19. Nein, bitte. 20. Viel Spaß, let's go. Danke. Pinsel, komm. Soll ich denn dann auch wenig kaufen? Nein, ich hab doch 10 von ihnen von uns. Pinsel, warum weilst du dich denn so? Du hast doch jetzt die Schlüssel. Nein. Das ist spannend. Ich zähl jetzt bis 5, dann fahr ich alleine. 1, 2, 3, 4. Aber ich wollte mir doch auch kaufen. 4. Ich hab noch 20 gekauft, jede 10. Jo, aber ich hätte auch noch welche gekauft. Die letzten, die hat schon teurer verkauft. Ach, wir haben zwar einen Schlüssel. Da ist auf jeden Fall der dabei. Niemals. Ich glaub mir, die hat mir zu viel gegeben. Warte kurz. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die haben mir zu viele gegeben. Die haben mir 30 Schlüssel oder so gegeben, Alter. Oh nö, Twinkie ruft an. Oh nein. Ja, Paulin Talchen, hallo. Hallo, Speckschnütchen. Hi, wie geht's dir? Hi, Subi und dir. Auch gut? Ja, schön. Und, was machst du so? Ja. Was ist? Was ist so witzig jetzt? Ja, ich weiß gar nicht. Was sagst du, Twinkie? Ja, was so witzig ist. Der Pins hat mir gerade einen super lustigen Witze zählt. Ja, okay. Müsst du zu Hause möglich abholen? Ja. Ja? Wir sind da mal in die Verwahrstelle. Warum? Ja, weil wir... Wir müssen Pins ein Auto holen. Ja, wie? Ja. Jetzt noch. Ja, wir kommen dich sofort holen, okay? Ja, okay. Ich geb Vollgas. Was? Ja, ja, ja. Was? Wie geht's dir denn? Mir geht's... Mir geht's... Mir geht's zu Pudding-Teilchen. Was ist so witzig? Nichts ist witzig. Ja, wie? Stund... Pudding-Teilchen, ich rufe dich sofort zurück, okay? Nee, nee. Bleib mal an der Leitung, bitte. Ach so. Was ist denn? Nix. Warte kurz. Warte kurz. Willst du nicht mit mir reden? Doch, ich red doch mit dir. Ja, nee, komm. Weiß du was, dann fügt dich einfach. Warte. Oh mein Gott, Pinsel. Ich hab Angst. Hast du schon getestet? Nein. Nein, wir haben ihn nicht. Nein. Warte. Wir müssen schnell Twinkie abholen. Die weiß von dem Geld nichts. Ich hab meine Taschen verkauft. Ich weiß nicht... Oh mein Gott, die sind im Arsch. Nee. Oh, schnell Twinkie abholen. Oh, jetzt bin ich aber... Oh... Ja Twinkie, wir sind auf dem Weg. Ich pack meine Sachen und geh. Nein, Twinkie. Die will ihre Sachen packen. Boy. Boah. Boah. Aua! Nein! Sollen wir einfach erzählen? Wir haben einen richtigen Schlüssel. Und dann werfen die anderen, die neu gekauften, weg. Der Rufhafen-Piltern sagt, wir haben ihn. Echt? Und wenn der dann alle wegwirft? Nein, mach nicht. Nee, war nicht. Boah, jetzt macht er wieder Welle, Mann. Twinkie. Oh, sorry, keine Zeit für dich. Boah, Twinkie. Guck mal, Benna. Was ist? Ja, wir sind auf dem Weg, Mann. Ja, du brauchst mich nicht mehr abholen. Hör doch auf, bitte. Was ist denn? Mach doch nicht jetzt so. Ja, mach doch jetzt nicht so. Mach doch jetzt nicht so. Ich will nur nicht mit dir reden. Wir haben bei einer Schnitzeljagd mit immer. Oh nein, wir sind im Arsch. Ja. Das überlebe ich schnell. Ich habe keinen Bock, jetzt die Zeitung rauszusuchen. Ja, und Pinsel, da war eine Schnitzeljagd von einem Auto. Und Pinsel und ich haben das zuerst gefunden. Ja, so schön war ich. Ja. Wir sind auf dem Weg. Ja, ich bin aber gerade nicht zu Hause. Wo bist du denn? In der Nähe. Ja, dem Fahrbeter wieder zu Hause. Ja, ich habe kein Auto. Ich laufe ja jetzt auch nicht hin und her. Aber unser Auto steht doch zu Hause. Das habe ich nie gesehen. Wo bist du denn? In der Nähe. Dann hole ich jetzt ein Auto und dann komme ich dich auch hin. Wollt ihr mich töten, ihr Lackauf? Wer will dich töten? Willst du die Straße runterlaufen? Ja. Wir haben nur ein Schweinsinn zu Hause. Oh mein Gott. Wie geht's los? Oh. Meinen, dass du blaue Autos? Ja. Du mal Wichser. Ja, aber bist du denn? Ja, offensichtlich nicht da. Ja, aber du bist doch nicht auf der Straße gewesen. Sorry, ich bin auf der Straße. In welche Richtung denn? Ich habe jetzt keinen Kompass. Tut mir leid. Richtung Stadt oder Richtung Norden? Na ja, irgendwo hin halt. Ja, aber wo? Nicht unbedingt die Stadt. Wir sind am Arsch. Wir sind so am Arsch. Ist du einfach gelaufen? Ja. Ist da eine Tauschschule? Tauschschule? Welche Tauschschule? Frau Twinkie, sag mir doch einfach, wo du bist. Ja, auf einer Straße. Ja, ich weiß aber nicht auf welcher. Ja, wir sind zufällig auch nicht gerade. Wir reden in den Koordinaten voran. Bist du über eine Brücke gelaufen? Ne, wahrscheinlich nicht. Bist du an der Tankstelle vorbeigelaufen? Gehäßliche? Ja. Ne. Boah, du bist doch so gut in Schnitzel, ja. Ich bin jetzt dein Schnitzel. Ja, du bist jetzt so ein Schnitzel. Ich werde dich finden. Sag dir am Telefon, du bist doch so gut in Schnitzel, ja. Ich bin jetzt dein Schnitzel. Ja. Dann musst du bis zum Obstladen vorbeigelaufen. Wo ist denn ein scheiß Obstladen? Wovon redest du denn nun? Ja, ich hab dich. Schlag ein, Butterklin, Leute. Hm, schöne Frisur mal. Das ist ja immer noch blau. Schöne Frisur hast du. Hallo. Ja, ja. Du siehst halt besonders hübsch aus. Ja, ja, Spaß dir. Hast du keinen Kopfweh mehr? Nein. Ich hab ungefähr fünf Tabletten geschlossen. Und jetzt besser? Ja. Also pass auf, wir haben mal die Schnitzeljagd mitgemacht und haben das Auto zuerst gefunden. Jep. War super. Ja, das freut mich ja echt. Was machen wir jetzt? Wir wollten zugucken, wenn das Auto gewinnt. Ja, ich dachte, ihr habt das gewonnen. Nein, nein, du musst da nur Schlüssel verkaufen, aber das ist ja Glücksspiel. Wir haben das nur gesucht. Okay. Dafür haben wir sogar einen Beweis, das steht in der Zeitung. Ja. Wir haben es als erstes gefunden. Wir wollten es nur finden. Aber, aber ist ja dann egal, wenn wir es eh nicht gewinnen können. Ja. Aber wir wollen gucken, wer es gewinnt. Ist doch egal. Nee. Können wir nicht was anderes machen? Mist, dieses Glücksspiel-Scheiß ist mir echt voll... Vielleicht gewinnst du aber Rupert Willi. Ja, ist mir auch egal. Dann wird der schon anrufen. Boah, du bist... Nein, wir fahren... Nein! Wir fahren jetzt hin. Ja, klar, dass du dir wieder so eine Scheiße anschauen willst, ne? Wir fahren jetzt hin. Das ist spannend. Spannend, ja. Hör auf, so grimmig zu sein, du. Ach, was? Tagelang habe ich dich gepflegt, als es nicht gut ging. Ja, ja. Könntest du mal wieder sagen, dass du mich lieb hast? Ja, dich lieb. Meinst du? Hasepäder oder Willi kriegen das? Willi hat doch erst ein Ziel gewonnen. Ich hoffe, dass Hasepäder das sind. Wir haben da keine Geschenke. Oh, Herr, das kannst du sagen. Das ist kein Glücksspiel. Nein, weil... Wir haben Hasepäder gesagt, wo das Auto steht. Er hat gesagt, wenn der den Schlüssel da fährt, kriegen wir 5.000 Dollar. Ja. Nee, 50.000. 50.000. Hauen gehen nicht ran. Und Twinkie, weißt du was? Was? Und das ist ja schön. Wir haben gesagt, die verhaften den jetzt nochmal und dann verhören die den. Und dann sagt er uns Bescheid. Ist das nicht ein bisschen spät? Er wird sich an nichts mehr erinnern. Der ist alt. Ja, aber ist das gut für uns? Nee, es ist nicht, weil der dann sagt, boah, du... Keine Ahnung, was da passiert ist, du. Mittlerweile nimmt er wahrscheinlich schon Medikamente gegen seinen Altenheimer und dann ist er verloren. Wo sind wir hier? Hier wurde das Auto versteckt. Da guck. Ja, aber ich werde es auch eigentlich gespart. Ich bin jetzt prima. Wer hat es bekommen? Auch kein Geld für die Tangenfüllung hattest. Wo ist jetzt die 70 KM her? Wer hat es bekommen? Ich möchte einfach, bitte fahr einfach. Ich möchte nicht fahren. Hast du eine Pille? Bishop, habt ihr die Schlüssel bezahlt? Nein, habe ich nicht. Hä? Sie hatte gestern kein Geld für die Tangenfüllung und jetzt dafür? Sagt mal, wer gewonnen hat. Ja, will ich nicht. Möchte ich... Adele? Können wir irgendwie von einem Fleischroll fahren und mich da reinstecken, bitte? Adele hat gewonnen. Ja, mein Unternehmen ist eh am Arsch. Jetzt kann ich es eh vergessen mehr. Sie hat die letzten zehn Schlüssel gekauft und da waren sie drin. Weißt du, was komisches? Dass alle da auf einmal hier... Nee, dass sie... Also jetzt mal Real Talk, ne? Sie kommt hier runtergefahren und sagt, so auch ihr war diejenigen, die den Tipp gegeben haben, die das gefunden haben und fährt straight perfekt dahin, wo es steht. Und wusste nicht, dass er da ist. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe die gefragt, wo er weiß nur, dass das Auto steht. Dann sagt er, ja wusste ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Dann kann ich nichts zu sagen. Aber eine Sache muss ich dazu sagen. Da stand ein Auto schon vorne. Also, vor euch hat es die Grove gefunden. Ja. Was? Ja. Lüge. Endschiff? Ja, aber die haben 40 Schlüssel gekauft. Keiner hat gepasst. Wo soll ich hinfahren? Oh, Pina, es tut mir leid. Wir haben es als erstes gefunden. Ich bin zufrieden. Wir haben es ja gefunden. Wo soll man nicht schaust das? Hey, Trinkie. Trinkiel, schlecht, Laune. Warum? Ich habe gar keine schlechte Laune. Ich bin drauf wie immer. Guck mal, hat Pina dir schon erzählt, was er gemacht hat? Ja, super. Er hat ein Auto gefunden. Ja, guck mal, er wollte den Schlüssel kaufen, aber hat sich gesagt, nee, meine Frau, die will das nicht. Und ich sehe das auch so. Ich möchte die auch nicht kaufen. Dann gehe ich lieber. Aber ich finde, ich bin froh, dass ich den gefunden habe und ja. Ja, das war wirklich außerordentlich. Er hat seine Spielsucht bekämpft und hat keine Schlüssel. Das ist super, großartig. Ja, da kannst du ihn heute Abend mal mit Nougat einreiben. Ja, kannst mich mal auch nicht dran nehmen, du Stute, du geile Sau. Jetzt könnt ihr mich auf den Arschauen. Wo bin ich hier gelandet? Wo soll ich denn hinfahren? Ja, fangen wir zum Casino, lass mich wieder mal raus. Unicorn. Ich hab gesagt, wenn sie heute irgendwas verloren haben, dann hoffe ich, dass sie aus ihren dummen Glücksspielen gelernt haben. Ja, okay, danke. Glücksspielen ist für mich. Ja, das ist schön. Keiner macht Glücksspielen. Ich wünsche mir noch einen schönen Abend, Jungs. Mädels, tschotter. Boah, ist hier irgendwie heiß drin. Habt ihr vielleicht Lust, was zu essen zu gehen? Boah, ist hier irgendwie 100 Grad in Mangel? Der Pinsel wollte uns heute zum Essen einladen. Boah, wie hat das schon mehr? Ach, nö. Ach so, hat alles zu, ne? Wie spät ist denn das? 23,10. Och, nö. Och, nö. Vielleicht haben die noch auf. Ach, egal. Twinkie. Ja. Sollen wir gleich den Autos zur Warstelle holen? Warum? Ja, weil damit du es oben paren kannst. Aber kann doch auch da bleiben. Immer muss ich voll viel Geld bezahlen. Kein Bock mehr darauf. Dann hast du genug Geld von mir. Ja. Von mir. Will ich vielleicht trotzdem sparen, weil ich hier keinen Bock mehr auf Arbeit habe. Ach so, du willst sparen. Deshalb gibt es doch 10.000 Dollar bei Kodi. Ist schon? Mache ich eben nicht. Ich glaube schon. Ich hoffe mal. Hallo. Ich bin nicht voll. Hallo Mike. Hat die gesagt, laber mich nicht voll? Ähm, wir haben bei der Schnitzeljagd mitgemacht und haben das Auto gefunden. Aber wir hatten keine Schüssel. Hallo Chef Cody, haben Sie schon geschlossen? Wir haben schon geschlossen. Seit 11 Minuten. Quatsch. Scheiße. Wolltet ihr noch was essen? Ja, mein dicker Fahrradung. Ihr seid zu spät. Steht ihr vorm Laden da vorne? Ja. Habt ihr noch Käsereste oder so? Mr. Cody. Sie schreit hier rum, Mr. Cody. Hey, soll ich gegen meinen Laden treten? Twinkie, nicht gegen den Laden treten. Ui. Oh mein Gott. Twinkie. Ey, wenn Sie was futtern wollen, dann machen Sie nicht den Laden kaputt, der Ihnen Essen macht. Die Tür funktionieren nicht. Die Tür geschaut, wann geöffnet ist und wann geschlossen. Die ist abgeschlossen, die Twinkie. Das kann nicht sein. Doch, es ist nach 11. Ja, und nun? Twinkie, lagen da noch vorhin ein paar Burger? Zum Schichtende? Die doch nicht fertig, die fertig fahren schon? Ich denke schon, aber die sind doch für Mai. Ich nehme auch die vom gestern. Nee, für Micky sind sie doch. Erst bei sich ist er glücklich. Ich schau mal. Oder muss Micky halt selber welche machen? Ich schau mal, was da... Oh, 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 oh. Ja, Mann. Hier muss doch irgendwas sein hier. Du kannst nicht auf der Mülltonne essen. Oh, da ist noch einer. Twinkie, das ist eine Pampers. Die sind von gestern. Twinkie, du hast eine Pampers in der Hand. Oh, 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 oh okay ich bin satt und den noch unterwegs ist gut ich küsse dich heute nicht mehr ich gut wenn du sprichst ich brauche weil es wäre schön du willst du unsere beste hier zwei hamburgers okay das passiert also mit unserem essen wenn es verdaut wird das ist doch schön so von mir aus können sie dann sparen wir bei der müllabfuhr so können da ruhig abends mal sich ein snack noch können ja vielleicht können wir so eine extra tonne und dann so nach oben bei der tankstelle rechts da wo die mafiosi es mal gewohnt haben übrigens pinkie ich habe noch was für nein stopp ähm erdnuss komm mal her warte na wat is nein ich muss ein erdnuss hat noch was für dich ja wie was denn speckbäckchen nao was hast du denn nochmal für sie ich weiß nicht was du von mir wollt du hast auch noch was für sie ach ja ach ja twinkie ja was twinkie boah das war schon wieder so lange her was denn ich hab ich war doch auf dem raustritt von logitosi ja ja und der hat mir doch ein autokopferd für dich gegeben ja dann sag mal her ja warte guck hier ja was das ja 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 was das ja 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 du musst nimm es doch mal und drehst du um drehst du um drehst du um oh mein Gott oh mein Gott ja und warte ńsk igenabend euch choose chips weiß jo jahre then weißt du was twinkie ich hab auch noch ihre zahnwürste was hör mir zu mira aussah es hat mir auch noch ihre zahnwürste gegeben das ist ein plastikbeutel den habe ich zu hause versteckt Und OG Toast, die hat mir noch, ähm, hat mir noch, äh, hat mir noch Oberteil gekriegt. Oh mein Gott. Das stinkt sogar nach der. Da läuft so die Tonne. Gib ihn. Die Kopf in der Tür. Mit dem Glück bin ich gut in Form. Toasty. Und Twinkie. Ich muss das. Twinkie. Twinkie machen sie auch. Twinkie. Twinkie. Miss Toasty. Miss OG. Miss Toasty sind sie. Ach, wir sind schon irgendwie. Twinkie. Nicht durchs Schmissenlob gucken. Ich habe durchs Schmissenlob gucken. Hallo Frau Toasty. Ich kann sie doch entdecken. Ich verstehe mich nicht. Miss Toasty. Kommen sie rüber. Kommen sie recht her. Wir rufen gleich die Pizzei. Ich kann sie rissen. Ich kann sie schmecken, Miss Toasty. Miss Toasty, komm ich noch bitte raus. Ich kenne all ihre Songs und die zukünftigen. Bitte komm ich raus jetzt. Twinkie. Mann, Mann. Oh mein Gott. Das war dann wohl ein Schuss in den Ruh. Trinkie. Ja. Hast du heute einen Vogel schon gestreichelt? Nein. Die hat dennoch auf dem Vogel unterschrieben. Auf dem Flügel unten drunter. Musst du nachher... Warum beten das immer, wenn die los sind? Hat die die eine geklatscht? Oh, ja. Back five. Nein. Du gehst nicht so, oder? Oh mein Gott, du schießt. Bleib still. Nein. Twinkie, warte. Twinkie, warte. Hahaha. Twinkie. Twinkie. Twinkie, warte. Twinkie, warte. Warte, 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 warte. Hahaha. 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 Alter, du Wichser. Oh, Entschuldigung. Hahaha. Ich meine, easy. Hahaha. 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 Du wolltest nicht Odin uns losfallen, oder? Boah. Natürlich nicht. Hahaha. Oh mein Gott. Hahaha. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was war denn das so? Die Mut. Oh Gott. Hahaha. Wo fährst du hin? Na, nach Hause. Ja, aber wie fährst du? Hahaha. Hahaha. Ja, ich bin aufgeregt. Hahaha. 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 Zum Glück sitzen wir hinten. Hahaha. Ich meine Schnee. Ja. Hahaha. 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 Gelt unter dem Vogel sein Flügel unterschrieben. Mit Spraydose. Hahaha. Und ihre Zahnbürste bekommst du erst mal, wenn du liebst sie mir bist. Die hat mir ihre Zahnbürste gegeben. Ja, ich luchte hier schon. Ich luchte hier hin. Ich luchte hier, ich luchte. Ich luchte zu. oh mein Gott ich hab sogar ein Bild mit der gemacht, aber ich find das grad nicht und auf dem Bild stand, du sollst lieb zu mir sein ja genau, wir sind glaubwürselig doch ja, ja und die und ich, wir sind jetzt auch beste Freundin du, irgendwie haben wir immer denselben Gedanken aber meiner Frösse ist deine wir sind auch beste Freundin ich bin ja ein Asiate mit einem Kürbis im Kopf wir sind beste Freundin, Lina und ich weißt du, was die gesagt hat? was hat sie gesagt? die möchte mit mir zusammen ein Video machen das glaubwürselig aber auch immer ich übe mich jetzt immer nachts als wepper oh, ich hab auch noch nein, ich hab sie so befallen ich hab den Vogel gekehren ich hab den Vogel gekehren das ist auch sein das ist auch sein was die Anzeige rückgängig ist der Vogel tot? komm, der hat kein Gelegen mehr nochmal gucken nochmal nochmal okay, behalt ihn doch breit ihn nicht, hol das Messer später oh, die Toast der hat dem Vogel auf den Flügel unterschrieben aber die Zahnbürste kriegt zuerst und lebt zu mir böse sie ist luftig verschlossen glaubst du, du wirst der Einzige der gut ist und Schnitzel jagt das wirst du nicht finden der will er für diese Zahnbürste die Zahnbürste ist da wo die Sonne nicht scheint und ich ritt nicht von Mulder ich bring dich um nein, du darfst mich nicht umbringen ich bring dich um Pinsel ist einer der bestesten Freunde jetzt von Oji Toast aber wo ist ihre Zahnbürste? ja, die hab ich versteckt ja, ich will die jetzt haben ja, jetzt geht aber nicht, geb ich die nachher ich mach bei denen ein Feature mit ihr und dann sagen wir deinen Namen vielleicht machst du eh nicht als Opa also ich glaub einiges doch, ich hab's genau gehört die sind besteste Freunde hier ja, und mein und ja, aber das Fita mein, mein Name ist dann Autoknagga ja das klingt doch wirklich komisch an das glaubst du dem ja wohl nicht doch, ich glaub ihm das Autoknagga wir haben, wir haben so gemütter die Toasties schlagen wir zusammen nach jeden Auftritt und haben uns die Kämpfe angeguckt ja ok Jungs, ich geh wieder rein was doch einfach hey, das ist die Wahrheit ja, natürlich das ist die Wahrheit ach so, wo hab ich jetzt das Große gemessen das ist Wogeldu ich hab's doch hier irgendwo hm hm ja hm hm ja ja also ich glaub heute Abend gibt's Hühnchen hihihi hihihi aber der eine Schenkel gehört mir dann nehm ich den anderen ich glaub sie will nur ein Flügel ne eine Flügel gehört mir der andere hat nicht eingeharmt hihihi da nehm ich ein Hähnchenbeinchen oh halt du mal die halt du mal die Tür im Blick rum weil ich die Schlüssel verboten muss boah zum Glück hat der Bischof nichts gesagt boah auf einen kurzen Moment dachte ich auf einen kurzen Moment dachte ich manch dachte er hat uns mehr Schlüssel gegeben weil das ist ja mein Paar ich Idiot ich hab dir's gesagt ich hätte nur welche kaufen sollen ja hättest du die gekauft dann hätten wir gewonnen ja 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 ich wollte die letzten noch holen und du hast gesagt nö 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 mein Fühler hm da zack schreiber schuld boah das sieht man aber das hier so fisch hm die Adele kam da hin und meinte die wüsste nicht dass der da war weiß aber genau wo das Fahrzeug steht und dann gewinnt aus ausgerechnet vom Bischof die Vollen in das Auto ja ja fällt dir da nicht was auf hm hm wenn ich ganz ehrlich bin wir sind ja dann hinter Hasepeda auch dorthin gefahren eine Sache hab ich gesehen da stand schon ein schwarzes Auto ja und deswegen hat die wohl daneben geparkt aber wie aber ich hab die gefragt woher die wüsste dass das Auto steht und hat die gesagt die weiß das nicht oder die wüsste es nicht hm die kam zu uns und meinte hey ihr wart das mit dem Tipp und so ne ja und die hat gesagt wir sagen euch nicht wo das ist und so und die ist straight dahin gefahren und die wusste genau den Weg wie die da hinkommt nicht wie dieser komische blaue Ben hm hm ich weiß ich hab die doch gefragt woher er weiß denn dass das Auto steht und sagt die wusste ich nicht also und dann gewinnt die am Ende das Auto dann noch die Freundin vom Bischof die das veranstaltet hat also geparkt aber ich glaube nicht dass Herr Fischkomm ihr das gesagt hat hm ich glaub schon dass die wissen wo der Schlüssel im Schlüsselkasten liegt dass sie es extra gemacht haben sag dir der Begriff Phantom Lord was nein in Arizona gibt es das Sprichwort mach nicht den Phantom Lord heisch hm Phantom Lord war ein Betrüger der hat immer auch immer Glücksspiel gemacht der wusste aber immer wann der gewinnt und wann nicht das sind die der Bischof ist ein Betrüger und das werde ich anzeigen gehen oder ich pet das Twinkie ok sollen wir noch was machen hm man ich hau dich gleich du Arschloch hau 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 immer muss ich mich von den Frisch nur ich hab den vorhin auch gefüllt hat er wiegt schon 12 Kilo und die letzten sieben Tage hm oder sollen wir noch ein Ründchen drehen eigentlich will ich jetzt auch so langsam damit ich fin bin für Montag weil ich für das Montag ein Scheißer also lässt du mich jetzt so leuen hm hör auf zu weinen und nimm meine Hand halt sie schon fest keine Angst ich will dich hüten will dich beschützen ich bin für dich da keine Angst ok ja ich dann kommst du mit und nicht nein ok ok bye bye boah heil doch bye bye ich will jetzt meinen Kürbishut anziehen wie Dankeschön wo ist der Haarebilder aus die haben uns ohne Prozent eine ich bin mir so weit von Sicherheit die uns über den Tisch gezogen haben aber das ist eine gute Masche doch LV der Dings kam durch aber ich hab keine Anzeige dafür hm 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 mhm ich bin mir so weit von Sicherheit der Bischof uns abgezogen hat uns alle der Schweine Priester der Schweine Priester ist halt eine gute Jo klar kann man machen könnte man mit Event Characters machen aber dann würde ich nicht so ein Auto verlosen sondern stellt euch mal vor so ein Custom Lamborghini oder so den wirklich nur einmal gibt auf dem Server und da kostet ein Schlüsselpaar einfach mal so weiß ich nicht 50.000 nach die Tsunorio und Pinseldankschüpfel den Host und Hukulu nein nichts in Tono wirklich ein Custom Fahrzeug einen richtigen Lamborghini oder einen richtigen Ferrari okay da würde ich meine ganze da würde ich alles was ich auf Curtis habe würde ich umtauschen gegen Schlüssel ich schwöre bei Gott Gute Nacht Pinsel aber halt ne scheiß auf die 140.000 ganz egal ob der Trickett war oder nicht hat trotzdem voll viel Spaß gemacht jetzt allein die Scheiße zu suchen war ein gutes Event war ein gutes Event irgendwo muss Harve Peter sein ja aber dann hat die Sucht mich wieder gepackt deshalb habe ich Schlüssel gekauft wir haben schon halb zwölf ich werde noch mit Harko Peter rum ich will mich beschweren ich werde mich mit depends Die haben betrogen. Du hast Drogen? Nein, die haben betrogen. Die haben betrogen, wer? Bei dem Autoding. Adela hat gewonnen, ich hab schon gehört. Ja, ja, die ausgerechnete Freundin von Bishop gewinnt, ne? Ja, ja, dem Co-Besitzer gar nicht dubios oder so. Ganz legal. Ja, fällt gar nicht auf, ne? Echt so? Hast du ja eine geknallt, oder? Nö. Ich rufen Willian. Ich kann es nicht fassen, dass die Adela gewonnen hat. Wir haben es aber zuerst gefunden, das Autopinsel und ich. Echt? Wo war das? Ja, das war da am Strand. Am Strand. Am Strand? Die haben uns betrogen. Wer hat euch betrogen? Ja, die mit dem Schlüssel kaufen. Oh. Wieso haben die euch betrogen? Ausgerechnet um Bishop, die Freundin hat das gewonnen. Ja, ja. Ja, hab ich mir auch gedacht. Warte mal kurz, Pinat. So, pass auf. Und dann bin ich hier reingefahren. Jetzt guck mal. Hier rechts auf dem Parkplatz. Da stehen auch welche. Die waren es nicht hier. Das ist SM Double hier, ne? Okay, gut. Dann sind die auch raus. Dann können die das nur aus der E-Site gewesen sein. Ja, Pinat. Entschuldigung. Die haben betrogen. Ja, hab ich auch. Das kommt natürlich echt. Aber weißt du, was das Beste an der ganzen Sache ist, Pinat? Mhm. Der Hans-Peter, der stand als letzter da und hat sich vorgedrängelt. Das heißt, hätte der sich nicht vorgedrängelt, hätte der den richtigen Schlüssel bekommen. Ha, 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 ha. Egal. Pinsel wollte auch die letzten 10 kaufen, aber ich war ungeduldig. Der war nur von Haftpeter da. Ja, schade. Das wäre es natürlich gewesen, oder? Ich glaube, keiner hätte gewonnen, außer Adele. Wir haben betrogen. Naja, das ist schon ein komiker. Hat einen faden Beigeschmack auf jeden Fall. Das gehe ich morgen anzeigen. Ja, mach das. Ja, weil die nennen ja auch alle den Betrüger, den Bishop, ne? Der ist doch bestimmt ein Betrüger. Ja, aber der hat es eh schon schwer genug im Leben. Ja, bei dem Gesicht. Äh. Ja, genau. Und der hat auch, äh, ja. Was hat der? Einen kleinen. Einen kleinen. Einen Sohn. Ja, sagen wir, genau. Einen kleinen Sohn hat der. Ja, aber jedes Kind ist klein. Ja. Ich meinte das jetzt anders, aber egal. Boah, ich muss die Hose loswerden, ey. Das sieht ja auch so aus wie ein Sand. Ist der Hans-Peter-Aufgang, Neo? Nee, der ist nicht da. Wir haben uns betrogen. Er ist nicht bei mir. Ja, meinste? Sollen wir den, sollen wir den einfach zusammenschlagen, den Bishop? Nein. Ich werde den anzeigen. Okay, mach das. Professor Benji. Diese Betrüger. Ja, ja, ja. Ich glaube, dein Sohn steht hier. Der Schnupi. Wer denn? Der Schnupi? Wo sind? Ja. Dann, Michael. Wo sind die denn? Am Park sind die. Stadtpark. Äh. Also, okay. Dann rufe ich den Mann jetzt gleich. Der will nämlich schon wieder Taschengeld. Der ist frech. Will immer Taschengeld. Ja, boxe immer. Gib dem einfach mal eine. Peanut. Warte. Aber ich. Sag hier. Ist von deinem Vater, du Pisser. Ich muss das voll dem sagen. Schnupi? Was musst du von mir sagen? Nicht den Schnupi. Der Maddox. Achso. Der Maddox? Ja, den sollst du boxen. Der sieht gefährlich aus. Der ist nicht gefährlich. Aber ich kann den nicht prügeln. Meinst du nicht? Verklopp mich zurück. Ach, Quatsch. Du bist doch stark. Ich kann ihn nicht prügeln. Hä? Ne, der hat, der fletscht schon die Zähne. Ich glaub dein Sohn will mich verhauen. Oh Gott. Oh oh. Wann hast du mich grad angerambelt? Der kommt mit seinem gefährlichen Pullover. Wann hast du mich angerambelt? Dein Vater sagt, ich soll schauen. Komm mal. Ich hab mich grad angerambelt. Will die das Schild vor mir hören? Am Stadtpark bist du? Ich komme zu. Ich komme zu. Scheiße. Nicht in die Hose scheißen. Jetzt hab ich mich in die Hose. Oh nein. Ich komm nicht verprügeln. Egal, ich lass das trocknen, dann zieh ich die morgen wieder an. Boah, ist das echt besser? Ja, das ist nicht so lecker, glaub ich. Okay, wir werden gleich schwimmen. Bis gleich. Mit der Hose. Sauber. Dein Vater sagt, ich soll nicht schlagen. Mach mal. Mach mal. Und wisst ihr was? Die haben uns betrogen beim Schlüssel kaufen. Wieso? Weil ausgerechnet vom Bishop die Vollen in das Auto gewinnt. Super. Ja, ja, ja. Das können die... Schlag mich mal. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich jetzt. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. Feiner Meldach. Feiner Meldach. Fein. Immer mit Ruhe. Schlag mich. Oh. 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 Kräfte Spieß, Lütfing. Danke. Ich habe schon eine ganze Torte für dich. Hier. Ganze Schwarze Rinder. Scheiße. Du hast voll auf dein Hemd gekleckt. Ja. Da haut er sich die ganze Torte gerade an. Also das ganze Hemd ist voll. Na klar kennt ihr nicht Obelix. Hier noch was zum Brunnerspielen. Der ist doch als kleines Kind dir in den Zauberkorn gefallen. Ich habe noch einen. Kannst du behalten. Ihr seid Gangster, ne? Wieder eine richtige Gangster. Ich habe auch mal auf einen geschossen. Oha. Was ist denn da passiert? Warum hast du sowas gemacht? Der hat uns angehalten auf der Straße und meinte, wenn wir nur mal so frech sind, dann kriegen wir ein Brett. Da hab ich ausgestiegen, von links gepusht und hab ich nur ausgelacht. Und dann lag der da. Warte, bei dem Flohmarkt wärst du auch bei einer von links gepusht, oder? Mal kurz davor. Ja. Das ist doch taktisch Glück, wenn alle von rechts push, push von links. Natürlich. Und dann mach ich Backstrip von hinten. Guck mal, da kommt ein neureich da hinten. Wenn die mich zurückdrängen, dann mach ich Mauer. Was geht? Okay. Was geht? Oh, Mann. Da ist der Wildi. Guck mal, ist ein dreckiger. Du bist doch so eine Heide, ne? Was? Du bist auch so ein Gangster. Jungs, Mädels, verabschiede mich. Wieso? Oh, Mann. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Und lasst euch nicht von den Bullen Nina ballern, ne? Das ist ja halt so krass was, ne? Scheiße. Geht doch eh alles in der Weste. Piss dich, Junge. Lass dich nicht abstechen, wenn du jetzt nach Hause gehst. Sag mal, Peanut. Ja. Was siehst du dir die Beine? Was? Was siehst du dir die Beine? Die sind so glatt. Ja, klar. Äh, Mädels? Waxen ist sexy. Hast du's mal ganz kurz? Aha. Waxen tut weh, wenn ich hoch zum Arsch geh. Verdammt. Ich lasier mich hier mal zwischen Bein und Spiegel. Was? Zwischen Bein und Spiegel? Nein, da ich hab... Ich leg einen Spiegel auf den Boden. Mhm. Und den Rest sag ich euch jetzt nicht. Da bekommt das Wort Spaß eine ganz andere Bedeutung. Geil. Wir sind nur Betrüger in der Stadt. Das stimmt, ja. Nur Betrüger. Da kommt wieder einer vom Department of Justice. Oha. Nein, wir wollen kein Vorverkaufsrecht. Grüße. Grüße. Guten Tag. Was geht? Wer bist du denn? Ich bin der Milo. Mit dem Milo. Alter, Milo hat sich gar nicht mehr verändert, alle sagen das. Was? Kannst du sagen? Wow. Spiegel deine von euch wilde Vorkraft? Ne. Ne. Ich weiß nicht, das spielt hier. Der dich grad eben verkloppen wollte. Der DJ Ötzi. DJ Ötzi? Der Milo. Achso. Wie kommst du da auf DJ Ötzi? Ey, ich nenn den jetzt immer DJ Ötzi. Mal doch, sieht bisschen so aus. Wie DJ Ötzi. Wie DJ Ötzi. Ey, sag mal. Kannst du was sagst? Oh oh. Sag mal. Willst du Schläge? Nee. Ey, sei es. Wenn du mir im Bauch hast, kommt die VSE zur Geflogen. Freunde. Was hast du gesagt? Wie war das, Liebes? Wir sind doch Zuckerfreunde jetzt. Sie können sich schon nicht gegenseitig schlagen. Was ist denn das? Du machst wieder eine Hose scheißen, ne? Was machst du denn da? Ich pump aus. Müsst du die Schuhe binden, oder was? Nee, ich pump. Versuchst du grad das Land zu verlagern, oder? Boah. Oh Gott, Alter. Das war eine Luft. Was ist denn das? Junge. Das stinkt nur ein bisschen. Das stinkt nur ein bisschen. Bisschen hart, oder? Allein, dass du pumpen kannst, Junge. Ich geh jetzt nach Hause und will der Vorkocht spielen. Warum? Wenn ihr mich sucht, ich bin in Goldheim. Mit meinem Nachthilfkrieger. Ja, warte. Wenn du nach Goldheim fährst, ich komm hin. Ich kann den nicht hauen, ne? Der ist aggressiv. Der Maddox. Willst du nach Hause? Will die? Hallo? Ne, ich bin mit dem Auto. Achso. Fährst du denn jetzt nach Hause? Fährst du schlafen? Ja, ich geh jetzt schlafen. Okay. Was macht der da? Der will mich verprügeln. Arsch. Arsch. Ich überf... Ich überfahre dich. Pass auf, du. Bye, have a beautiful time. Machen wir heute eine Fünf-Stunde-Aufschluss. Ach, stimmt. Ich bin erst um acht gekommen, ne? Aber geht nix mehr. Keinen Bock da rumzustehen. Aber ist nix schlimm. Morgen noch mal Peanut. Montag. Der Tabu. Der Tabu. Boah, stimmt. Morgen ist Mad Monday. Gucken, ob Twinkie dann auch im Start zu nehmen. Flo, sieften Gold, dann glaubst du wirklich nicht, dass du zockt, Junge. Bist du denn das Wahnsinn? Aber war lustig trotzdem heute. Schen, seid ihr... Hallo, Schen, seid ihr waff oder seid ihr abschlafen? Irgendwie komme ich mir doof, oder? Ich werde immer sagen. Nichts mit zweitem Auto. Es gibt kein zweites Auto immer. Das war ein Event vor ein paar Tagen oder so. Warum ich dann immer mit dem Déjà-vu sage. Es gibt doch dieses eine Lied. Wo so voll der schnelle Beat kommt und dann so. Déjà-vu. Es ist nur ein Game. Es ist nur ein Game. Warum musst du sein? Ich lese noch vor, Moment. Aber die Performance auf dem Server war heute alles rein. nicht mal wirklich groß, als ihr Fastbooks gehabt. Hallo, mein Junk, wir machen leider schon Schluss. Okay, Backseat-Gaming-Kick-Kusch, aber ich gucke trotzdem. Aber ich habe die nicht mehr auf. Ich gucke mal, ob ich das nochmal finde. Riesenlos. Der Gewinner hat seinen Wagen gefunden. Er hätte sich einen Glückwunsch benutzt, wenn du zehn Schlüsse und was für einen Gewinner. Blablabla. Hätte sich Hans-Peter nicht vorgedrängt, wäre derjenige gewesen, der den Schlanketee gewinnt. Tja, wir nennen es Karma-Klatsche. Aha. Das war rigged as fuck. Was sag's euch? Am Event ohne Dauerkopfschmerzen bekommen. Ja, wir kamen ja erst später. Ich sag trotzdem Moinsen. Ja, Moinsen, mein Junk. Ich habe übrigens das letzte Mal mit dem Chynik geredet. Der hat so, der Chynik hat so eine coole Anzeige für die letzten Zaps und die letzten Follower und so. Der hat mir gesagt, dass du das gemacht hast. Ich würde mir überlegen, ob ich sowas auch mal mache. Was ist der drauf? Ich gucke. Ich lurke immer bei dir. Deine Anzeige oben sieht echt killer aus. Sehen wir die Biker-Gänge wieder? Da müsste er den Teil fahren, wenn der das nächste Event macht mit denen. Da habe ich keinen Einfluss drauf, Shit. Ja, mit Junk, dein Ding ist, ich habe sowas noch nie gehabt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hier reinpasst. Weil ich mag ein super cleanes Bild so. Ich mag das selber auch nicht, wenn da so komische Anzeigen sind. Ich mag das nur, wenn das wirklich schön aussieht. Wie bei dir zum Beispiel. Oder bei Chynik. So minimalistisch und schön. So minimalistisch und schön. Ich weiß nicht, dass der Schlüssel dafür ganz unten ist im Kofferraum. Und man quasi von oben raus gibt, damit man alle Schlüsse verkauft bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Ist schon echt äh... Ja. Sehr, sehr komisch. Hier noch was für die Oma. Ja, hatte ich. Ich geh jetzt auf. Wir haben zwölf gleich. Aber morgen ist der Online-Tag. Man will ja das Geschehen sehen und nicht wer letztes Sub ist oder wer was und wie viel gecashed hat. Dein Clean Screen finde ich top. Ja, ich sag ja, ich finde das auch schön. Aber ich finde das auch schön, wenn du so eine minimalistische Anzeige hast, die nicht stört. Die man gut ins Spiel so integrieren kann und so. Ich finde auch mal nur das letzte Lied. Oh, der Walle ist online. Hä? Spielt doch eigentlich nur noch mittags. Machen die denn der Geisel-Name? Ich schicke euch mal zum Walle rüber. Da könnt ihr noch ein bisschen Gitar zugucken, wenn der Bock drauf hat. Habt. Shadow of Time. Vielen lieben Dank für den Prime Sub im vierten noch. Danke, dass du immer abends zum Lachen bringst. Mach weiter so. Immer wieder gerne. Ogway. Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Die Schuhsohle. Dankeschön für den Prime Sub im zweiten Monat. Rohe Portellen. Danke für den Prime achten. Ich liebe dir zurück. Beepo. Dankeschön für den We Sub im neunten. McFickman. Danke für den Prime im fünfzehnten. Chasko. Danke für den Prime im dritten. Yunus. Danke für den Prime im dritten. Selber Kekusch-Clown. Dr. Bizzle. Dankeschön für den Prime im zwanzigsten. noch. Castro. Danke für den Prime im dreißigsten. Daniel. Ich glaube, Daniel ist nicht mehr hier. Er ist bestimmt schon schlafen. Trotzdem vielen lieben Dank und herzlich willkommen und danke für den Sub. Miras. Danke für den Prime im vierundzwanzigsten. Psychiatrist. Dankeschön für den We Sub im achten. Esaris. Danke für den Prime siebten. Brainloids. Danke für den Prime dreizehnten. Löffli. Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Das Lied passt super zur Twinkies Tanz gerade. Ranjit. Dankeschön für den Wies am fünften. Max hatten wir. Leon hatten wir. Wenn ich einen vergessen habe, tut es mir leid. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Lasst euch nicht anquatschen. Seid lieb. Und bis nachher. 19 Uhr wieder. Ab 19 Uhr. Okay? Ich mach noch kurz... Ne, ich mach direkt Host. Tschüss. Schlafgutscheid. Bye-bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.